Eine weitere Folge From Done to Dare, dieses Mal mit dem einst stärksten Mann der Welt. Sein Name ist Matthias Steiner, er ist Europameister, Weltmeister und Olympiasieger im Gewichtheben. Im Laufe seiner Karriere hat er gut 40.000 Tonnen gehoben, was in etwa dem Gewicht eines Kreuzfahrtschiffes entspricht. Ich habe mich mit dem gebürtigen Österreicher über seine Anfänge im Gewichtheben unterhalten, über das immense Trainingspensum Disziplin, Eifer, aber auch Selbstkontrolle. Wir sprachen über die schönsten Momente in seiner Karriere, aber auch über die schwersten. Im Jahr 2007 verlor Matthias seine erste Frau Susanne durch einen Autounfall. Ein Jahr später wurde er sensationell Olympiasieger in Peking. Nach zehn Jahren Profisport hat Matthias seine Karriere beendet. Heute ist er Unternehmer und stellt seine eigenen Lebensmittel her. Zudem hat er 45 Kilogramm Gewicht verloren. Und wie er das geschafft hat und vieles mehr, das erfahrt ihr in unserer heutigen Folge mit Matthias Steiner. Heute zu Gast bei mir ist ein Weltmeister, Europameister und Olympiasieger im Gewichtheben, Matthias Steiner. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, auch über deine ganzen Erfahrungen, die Geschichten, die du gesammelt hast. Du hast deine Karriere 2013 nach zehn Jahren Profisport beendet, bist heute unter anderem Autor, Unternehmer und ganz vieles mehr. Wir werden über unterschiedliche Themen sprechen. Zunächst einmal herzlichen Dank, dass du hier bist. Wie geht es dir und wo kommst du her? Ich freue mich, dass ich hier bin. Danke für die Einladung. Mir geht es gut. Und ich komme eigentlich gerade von draußen, von dem wunderbaren, schönen Berlin-Wetter. Nein, wo ich herkomme, ich komme eigentlich von der Straße. Ich bin die ganze Woche unterwegs, wohne, sitze aktuell in Österreich bei meiner Familie, bei meinen Eltern, mit meinen Kindern, mit meiner Frau zusammen. Und bin aber die ganze Woche deswegen Straße, eigentlich on the road von A nach B und fühle mich überall zu Hause. Du bist in der Nähe von Wien geboren, in Obersulz, habe ich gelesen. Das ist, glaube ich, 50 Kilometer nördlich von Wien. Du hast sehr früh schon mit dem Gewichtheben angefangen. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, hier in Deutschland geht es ja immer nur um Fußball. Wie bist du zum Gewichtheben gekommen und wie hast du gemerkt, dass dich dieser Sport interessiert? Ich glaube, die ganze Welt ist Fußball und spannenderweise ist Gewichtheben auch die ganze Welt, weil das machen ganz, ganz viele Nationen. Also es ist eine Randsportart irgendwo und irgendwo doch nicht, weil es zugänglich ist für jeden und ganz, ganz viele Nationen. Also bei einer WM haben wir 86 Nationen, das ist nicht wenig. Gewichtheben war tatsächlich in Österreich eine Sportart, die ein Volkssport war, aber halt lange vor meiner Zeit. Also gerade so in der Zwischenkriegszeit der beiden Weltkriege war ja auch Berlin noch die starke Stadt Wien, die Stadt der starken Männer. Es gab in Österreich damals so viele Olympiasieger im Gewichtheben, dass es die erfolgreichste Sommersportart überhaupt ist. Also seit Berlin 1936 hat keine österreichische Sportart mehr Goldmedaillen gesammelt wie die Gewichtheber davor von 1896 weg. Und das ist schon beeindruckend, also man merkt, das ist eine Sportart, die stattgefunden hat und das ist dann aber im Laufe der Jahrzehnte ausgestorben. Es ist einfach, es findet nicht sonderlich statt. Und Gewichtheben, ich bin zum Gewichtheben gekommen durch meinen Vater, der hat das als Hobby betrieben, auch seit seines Lebens und zwar den klassischen Wirtshausgewichtheber Sport. Also hinter der Bühne, hinter dem Gasthaus gab es dann oft die Veranstaltungsräume und da hat man ein Gewichtheben gemacht. Das war so ein typischer Sport und ich habe ganz, ganz rustikal begonnen und zwar wirklich in so Kellerkatakommen, das war in Mödling südlich von Wien, oben eine Theaterbühne, die war aber dann reserviert nur für besondere Meisterschaften und unten bei den klassischen Wettkämpfen war man in den Katakommen so ein richtiges Kellergewölbe. Es wurden ein paar Bierzeltgarnituren aufgestellt, dann wurden Holzbretter hingelegt und da hat man dann gehoben. Mit Rauch, mit Bier, mit Leberkäse. Also es war sowas von rustikal. Die Zuschauer saßen, haben getrunken, haben gejohlt und geraucht und ich habe kaum jemanden gesehen und das waren meine ersten Wettkämpfe. Und das war irgendwie spannend als Kind. Ich war damals 10, 11, 12, als ich dann zum ersten Mal so die Hand in der Hand hatte und die ersten Versuche gemacht habe da. Aber es war spannend, weil es war anders. Ich habe Fußball gespielt mit sechs begonnen, sechs bis zehn Jahre und wir waren recht erfolgreich, aber der Fußball hat mir ganz schnell gezeigt, wo die Grenzen sind. Nämlich, es ist ein Mannschaftssport. Anders bist du nicht. Naja, ich kann die Mannschaft nicht beeinflussen. Nicht sonderlich. Also wenn es mir gut geht und der Mannschaft nicht, habe ich ein Problem. Wenn es mir schlecht geht, ist es super, weil die Mannschaft mich mitzieht und das ist aber alles so unkalkulierbar. Und beim Gewichtheben, beim Einzelsport bist du nur für dich selber verantwortlich. Das ist ja hochinteressant. Also ich bin jetzt kein Psychologe, wir könnten jetzt mal versuchen, das so ein bisschen aufzuarbeiten, aber genau dieser Punkt, dieses Kontrollieren. Klar, ein Einzelsportler hat das natürlich selber in der Hand. Du hast es gerade angesprochen, wenn du mal einen schlechten Tag hast, hat die Mannschaft dich wiederum aufgefangen. Und das heißt ja, dass du versuchst, wirklich alles Mögliche zumindest in deinem Leben zu kontrollieren. Naja, du kommst ja auf die Welt und bist ja fast fertig. Und dann gibt es ja knapp 20 Jahre Prägung. 15, 20 Jahre. Und da haben schon ein paar Sachen eine Rolle gespielt, unter anderem eben Fußball. Bis zehn Jahre, super. Wir haben so eine kleine Meisterschaft gewonnen, wo wir noch Querfeld gespielt haben. In Österreich hieß es C-Knaben, ich glaube U10 ist es heute. Alles toll. Ich habe auch dann den Siegtreffer als Verteidiger getroffen. Das war schon mal insofern prägend, dass ich mit einer Drucksituation umgehen konnte. Das ist eigentlich heute unwichtig, aber für mich war es damals wichtig. Ich wollte weiterhin Fußball spielen, mussten dann aber zu einer anderen Mannschaft wechseln, Spielgemeinschaften, weil halt dann der Nachwuchs zu wenig war, es ist ein großes Feld und so weiter. So, andere Mannschaft, ein halbes Jahr nur auf der Bank gesessen, weil ich wurde halt dort aufgenommen, weil es sein musste, aber du wurdest gar nicht gebraucht, gar nicht angeguckt. So, dann trainierst du mit, spielst nie und nach einem halben Jahr habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich höre auf, ich mag nicht mehr. Ach, höre auf. So, das war frustrierend für mich. Es ist ja dann, also das war ja auch keine Sichtung wie heute oder dass dann nochmal Spieler angeguckt werden, du bist halt mitgelaufen. So, ob es was geworden wäre oder nicht, sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich eh nicht, aber wie auch immer. Und das war der Punkt, Einzelsport. Gewichte habe ich schon mitbekommen durch den Vater und wollte das immer machen und er hat mir aber da keine Beachtung geschenkt. Und als junger, ganz junger Kerl bist du ja gerade so, der Vater ist ja was Tolles für dich. Er ist ein starker Mann, der ist beeindruckend, ja immer erstmal wichtiger als die Mutter, die Mutter wird später wichtig. Und er hat mich ignoriert und dieses Ignorieren hat mich nur stärker gemacht. Die haben so lange geärgert, sie giert, dass ich unbedingt eine Handel möchte, bis er mir eine geschweißt hat. Dann habe ich beim Garten die ersten Gehversuche gemacht, tatsächlich. Bei Wind und Wetter war es eigentlich schlecht ist und er hat nie geguckt. Und meine Mutter hat gesagt, jetzt schau doch bitte endlich mal hin, der wartet doch drauf. Und selbst dann die ersten Wettkämpfe hat mich dann meine Mutter hingefahren, weil mein Vater gesagt hat, er hat keine Zeit dafür. Meinst du, war das Kalkül deines Vaters? Nein, mein Vater hat viel für die Familie gemacht, war aber natürlich schon sehr auf sich gestellt. Auch nicht zu unterschätzen, 39 geboren. Schauen, wie kommt man selber durch. Also ein positiver Egoist. Schon für die Familie da, alles gemacht, alles repariert, Urlaube organisiert und so weiter. Gespart für uns, das schon. Nie ins Wirtshaus gegangen, alles toll. Aber halt schon sehr auf sich gestellt. Und für mich war es gut, weil ich habe Aufmerksamkeit gebraucht und nie bekommen. Und das war so meine Motivation. Später dann, als dann die Konkurrenz losging, als ich stärker wurde, war es für ihn dann auch mal spannend. Hoppala, es überholt mich mein Sohn. Aber glaubst du, war das vielleicht im Nachhinein auch sogar ein Teil deines Erfolges? Weil du hast ja eigentlich versucht, die Aufmerksamkeit deines Vaters durch deinen Sport zu bekommen. Naja, das ist das, was ich ja eingangs versucht habe zu sagen, dass wir ja eigentlich schon fertig sind als Persönlichkeiten. Und dann gibt es eben so Trigger, die das Ganze noch auslösen. Und das war, meine ganze Karriere lang war das so, dass ich Aufmerksamkeit gebraucht habe. Aber nicht um jeden Preis. Also nicht so, jeder muss mir zugucken, sondern bestimmte Personen oder bestimmte Situationen. Später dann auch mal, wenn er mal nur irgendwie in der Presse vor Ort war, war das für mich motivierend, weil es ja bei uns kaum stattgefunden hat. Das war wahnsinnig toll. Und hat mich dann nochmal fünf Kilo mehr motiviert. Also diese Aufmerksamkeit, die habe ich dann gebraucht. Das war für mich enorm stark. Und das hat auch unser Bundestrainer später dann selbst in Peking noch als Waffe eingesetzt, ohne dass ich es weiß. Ach Gott. Ja, also in Form von, er wollte organisieren, dass Arnold Schwarzenegger zum Wettkampf kommt. Und den Kontakt hatten sie tatsächlich dahin. Und es war immer wieder schon im Gespräch, dass ich ihn mal treffen kann. Und war aber dann, hat dann doch nicht stattgefunden. Und er hat mir dann, es war so eine halbe Zusage da und dann aber doch nicht. Und als er wusste, er kommt nicht, hat er mir gesagt, er kommt. So, naja, die Situation musst du ausnutzen. Und später haben wir ja gar nicht mehr diskutiert darüber, weil ich habe das wieder vergessen. Ich habe ihn später getroffen dann. Ich war dann in Amerika und habe dann bei seinen Arnold Classics ihn getroffen. Es war sehr beeindruckend, weil am Ende des Tages sind wir zwei Flüchtlinge aus Österreich, die flüchten mussten, um erfolgreich zu sein. Und das noch Spannendere ist ja, er ist zwar bekannt als Bodybuilder, aber er musste mit dem Gewichtteam beginnen, um überhaupt Bodybuilding zu machen. Also er hat zwei Jahre Gewichtteam gemacht in der Steuermark damals. Und das heißt, wir haben auch so einen gemeinsamen Start und auch diesen gemeinsamen Drang, irgendwie weiterzukommen. Wie war das für dich, als du ihn getroffen hast? Das war sehr beeindruckend, weil alleine da schon, er war zu der Zeit noch Governor und oder kurz danach, also auf jeden Fall noch extrem im Fokus. Und natürlich dementsprechend waren auch die Sicherheitsvorkehrungen. Das war ja Arnold Classics in der Veranstaltung, wo 6.000 Fitnessverrückte da sind, von Armdrücker bis Bodybuilder, alles da, also alle Figuren. Und wir hatten da so einen Showwettkampf als Mannschaftssinn darüber. Und dann war ihm das Treffen geplant. Und es hieß, um 9 Uhr morgens, komm dann um 11 Uhr erst da, Bombenspürhunde. Und dann denkst du, er kommt irgendwie über den roten Teppich geflogen. Und dann kam er bei der Seitentür irgendwie rein, weil keiner wissen sollte, wo er herkommt. Also das ist dann schon beeindruckend erstmal. Das ist ja diese klassische Hollywood-Show. Alles noch größer machen, als es ist. Aber dann steht er vor dir und eben diese, dann trotzdem diese ganz normale, wir sprechen dann so in einem gebrochenen österreichischen Dialekt miteinander und haben gegenseitig einen Respekt. Weil er kommt ja nicht von oben herab, sondern er ist dann wirklich in dem Moment auf Augenhöhe. Und er kannte dich ja wahrscheinlich auch, aufgrund deiner... Ja, na klar, logisch, logisch. Er wusste auch die Situation vom Wettkampf, er hat das erzählt. Und dann war das Drama drin und so. Also er wusste das, ja. Er hat das mitbekommen, in welcher Form auch immer. Ich glaube jetzt nicht, dass er da vor dem Fernseher saß direkt, aber er hat es mitbekommen. War er eine Inspiration für dich? Ich meine, Arnold Schwarzenegger ist ja älter als du. Und so in der Zeit, als du aufgewachsen bist und deinen Sport gemacht hast, ein Landsmann von dir, der es halt geschafft hat, nach Amerika in unterschiedlichen Bereichen sehr erfolgreich zu sein. Du hast gerade schon gesagt, er war Sportler, Schauspieler und auch politisch hat das auch geschafft. Hast du aufgeschaut zu ihm? Also sicher nicht in seiner ganzen Lebensleistung, weil vieles davon ja auch erst später passiert ist. Also als ich ja noch jung war, war er eigentlich eher, da war er Hollywoodstar. Und noch nicht mehr, was er danach noch geschafft hat. Aber was mich ja damals, zwei Personen haben mich extrem beeindruckt und beeinflusst, ohne dass sie es erstmal wussten, nämlich Arnold Schwarzenegger. Aber es sind ja Momente von Menschen, nicht der ganze Mensch immer an sich, weil vieles passiert einfach so, sondern Momente. Als damals eine Doku im österreichischen Fernsehen kam, wie er es nach Amerika geschafft hat und wie er es geschafft hat, zu trainieren, obwohl er eigentlich nicht trainieren durfte und er ignoriert wurde, hat er es dann nachts auch in Fitnessstudios eingebrochen, um weiter zu trainieren. Also das Fenster eingeschlagen, ist rein und hat dann weiter. Und das finde ich, und das war für mich als Kind, da saß ich mit offenem Mund vor dem Fernseher, so das war die erste Situation. Und die zweite, die noch prägender war, war für mich Thomas Muster. Der war, glaube ich, neun oder elf Wochen die Nummer eins in der Tenniswelt, gerade zu Boris Beckerzeit. Also es war dann für den kleinen Österreicher auch wahnsinnig spannend, dass so aus einem kleinen Land jemand den großen Becker schlagen kann. Und der hatte einen schweren, ich glaube es war ein Autounfall sogar, wo das Knie kaputt war und sollte mit einem Liegegips liegen und lag aber oder saß auf dem Tennisplatz, in diesem Käfigplatz und hat dann mit der Ballmaschine Bälle geschlagen. Und da war ich elf, zwölf. Das war genau da, wo es so mit dem Gewicht eben losging. Also das, wenn du so Vorbilder genau in dem Alter hast, wo die Pubertät beginnt, das ist was Besseres, kann dir gar nicht passieren. Unfassbar, oder? Also was ganz, ganz Tolles. Es ist genauso, Bruce Lee hatte doch mal, ich meine, der hatte mal einen Bandscheibenvorfall und dann hat er sich so eine Konstruktion gebaut, womit er sein Bein dehnen konnte und hat dann eben mal reingezogen. Also in den Schmerz hinein, um dann aber auch wieder, um es zu lindern. Das ist ja auch, und das finde ich, ich finde es so unfassbar spannend. Ich habe mir die Frage häufig gestellt, wie kann es sein, dass manche Menschen so intrinsisch motiviert sind und sich vielleicht auch Vorbilder suchen und andere nicht? Hast du dir auch mal Gedanken darüber gemacht oder eher weniger? Ich glaube, dass diese Menschen, die so motiviert sind, wissen, was sie erreichen können, wenn sie sich vorwärts bewegen. Du weißt ja nie, wie es ausgeht. Du weißt nie, was kommt, wenn du jetzt alles reinsteckst und Vollgas gibst. Manchmal kommst du vom Weg ab oder es läuft nicht so, wie du möchtest. Aber du weißt, also ich glaube immer an das Glück des Tüchtigen. Einfach simpel gesagt, aber irgendwo am Ende des Tages bleibt das für dich hängen. In welcher Form auch immer, was dich glücklich macht. Es geht ja nicht immer nur um Geld oder es kann ja was anderes dich motivieren. Aber wenn du, ganz einfach, dieses Glas ist bei mir halb voll. Auch total platt, dieser Satz. Aber es ist halb voll und nicht halb leer. Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied im Alltag. Und wenn ich mit Menschen manchmal diskutiere oder spreche oder was auch immer oder wie schwer sie es haben manchmal oder wenn man gejammert wird, dann sage ich, ja, ich muss sagen, ich bin glücklich, ich habe ein schönes Leben. Aber in den letzten 20 Jahren ist genug passiert, dass es vielleicht nicht zu einem glücklichen Menschen passt. Und trotzdem bin ich glücklich. Trotzdem bin ich zufrieden. Aber was meinst du, woran liegt das? Also ich meine, das ist ja nichts, was man vielleicht beeinflussen kann, oder? Würdest du sagen, das kann man beeinflussen, wenn man sagt, das Glas ist halb voll oder halb leer? Glaubst du nicht auch, dass es hat irgendwas mit DNA, mit Hormonen etc.? Also ich weiß es nicht. Ja, das spielt mit eine Rolle. Also diese Dinge muss man immer ausschließen. Ich meine, wenn es hormonelle Probleme gibt, auch gerade Wechsel bei Frauen zum Beispiel, gibt es auch bei Männern, aber spielt eine ganz große Rolle. Natürlich auch psychische Erkrankungen. Also das ist ja etwas, das siehst du ja nicht. Ein Gipsbein siehst du und eine psychische Erkrankung siehst du nicht. Also diese Dinge müssen schon ausgeschlossen sein. Aber es gibt also grundnegative Menschen und grundpositive Menschen. Und wenn sonst alles passt vom Hormonstatus und so weiter, dann kann man das, eigentlich kann man das schon auch lernen. Das ist eine Frage der Einstellungssache und natürlich auch des Umfeldes. Wie jemand mit dir, mit wem du dich umgibst, wer dir Energie raubt, da muss man manchmal harte Entscheidungen treffen und Dinge beenden, Freundschaften oder Bekanntschaften beenden und andere Wege gehen. Finde ich ganz interessant, was du gerade sagst. Gerade die Menschen, mit denen man sich umgibt, die beeinflussen einen entweder positiv oder negativ. Hast du eine ungefähre Ahnung, wie viel Gewicht, wie viel Kilogramm du in deiner Karriere gestemmt hast? Ja, das weiß ich, weil ich das... Das weißt du. Wenn wir das so Pi mal Daumen errechnet haben, sind ungefähr 40.000 Tonnen. Das ist so ein mittleres Kreuzfahrtschiff. Und das aber auch nur gerechnet von den wirksamen Lasten. Also du musst dir bei uns vorstellen, das ist ähnlich wie wenn du jetzt, keine Ahnung, wie kann man es mit Fußball vergleichen, wenn du ein paar mehr Seitenlinien auf und abläufst, ist es für dich ein Warmmachen, aber dann, wenn du am Ball bist, läufst du ja richtig und spielst richtig Fußball. Also das Warmlaufen zählt ja gar nicht dazu. Und so ist es bei uns, wenn ich mit 300 Kilo maximal eine Kniebeuge kann und ich mache vorher die Sätze dazu, dann darf ich dir erst ab 75, 80 Prozent machen oder zählen für die Trainingsplan-Kalkulation. Und wenn ich dir mit 100 Kilo, 150 Kilo eine Kniebeuge mache, ist es Erwärmung. Also das zählt nicht dazu bei dem Kreuzfahrtschiff. Das heißt, am Ende des Tages ist noch deutlich mehr, was ich gehoben habe, aber es zählt nicht dazu. Ich wundere mich, dass du noch überhaupt eine Kniebeuge machen kannst. Wir haben uns eben kurz vor dem Podcast unterhalten, ein paar Minuten, dann habe ich dir auch ein, zwei Fragen gestellt zum Gewicht heben und ob du noch Sport machst, dann hast du mir einmal so diese Übungen gezeigt, du gehst runter. Wie viele Verletzungen hast du? Also hast du jetzt Probleme mit deinem Körper, wenn du mal bedenkst, dass du 40.000 Tonnen gehoben oder gestemmt hast, da müsste ja eigentlich alles bei dir weggeflogen sein. Ja, genau im Gegenteil. Also gerade Gewicht heben ist natürlich im Spitzensport immer an der Grenze. Entzündungen sind ja ständiger Begleiter. Von der Knochenhaut, Entzündung über irgendwelche Patellaspitzenreizungen. Das ist aber normal, wenn der Muskel extrem belastet ist und dann der Sehne zieht und so. Und du bist ja immer im Maximalbereich. Es geht immer darum, wann erhole ich mich und wann nicht. Aber gefährlich ist Gewicht heben kaum. Du kannst mal eine blöde Bewegung machen oder es kann mal eine Überlastung sein. Ich bin da wirklich sehr, sehr verschont geblieben im Leistungssport. Habe ganz, ganz wenig Probleme gehabt und schon gar nicht an den Hauptgelenken wie Schultern und so weiter. Da bin ich echt total heil rausgekommen. Und deswegen meide ich aber heute auch Sportarten, die nicht berechenbar sind. Ich gehe zum Beispiel nicht Skifahren. Ich gehe langlaufen. Das heißt Österreicher. Ich habe mir jetzt sogar Langlauf-Ski gekauft. Meine Jungs wollten es unbedingt. Und ich habe gesagt, ja, ihr könnt selber auf die Piste. Ich kann euch da eh nicht unterstützen, weil wenn ein Kind stürzt, dann stürzt es vor oder hinter dir und du bist eh nicht wirklich in dem Moment da. Du musst halt auch darauf vertrauen, dass sie das können. Und ich gehe langlaufen. Das kann ich noch kontrollieren. Aber Skifahren ist total unkontrollierbar. Und weil ich gesund aus meiner Sportart rauskam. Und es kann ja nicht sonderlich schädlich sein, weil wenn du 200 Kilo heben willst, dann musst du erstmal trainieren dafür, dass du es heben kannst. Du gehst nicht hin und hebst das, weil du eine Grundkraft hast, sondern du brauchst ja erstmal Monate, Jahre, dass es wirklich möglich ist. Und wenn du das dann kannst, dann ist dein Körper darauf vorbereitet. Und das ist ja der Unterschied zu Fußball. Du kannst zwar Fußball spielen und hast dich auch Jahre vorbereitet, aber es kommen ständig Bewegungen, auf die du dich nicht vorbereiten kannst. Es kretscht dir jemand rein, du drehst dich irgendwie schneller weg, als du denken kannst und da kommt der Körper nicht mit. Tennis genauso wahnsinnige Spannungen drauf am Knie durchs Bremsen, auch unkontrollierte Bewegungen manchmal, weil du den Ball noch erwischen möchtest oder Handball, auch eine heftige Sportart. Da ist es völlig normal, dass du relativ lediert rauskommst danach. Im Gewicht ist ja alles sehr symmetrisch, sehr kontrolliert. und du kannst nur das heben, was dein Körper kann. Du machst mir so den Eindruck, als hättest du damals genau gewusst, was du willst. Dann hast du deinen Sport gehabt. Ich bin Fußballer, wie du auch gerade schon gesagt hast. Und was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie stelle ich mir ein Training oder das Training eines Gewichthebers vor? Ist das wirklich reines Krafttraining und diese ständigen gleichen Wiederholungen oder gehört da auch noch mehr dazu? Ja, Gewichttraining ist ja kein reines Krafttraining, das ist ein Schnell- und Maximalkrafttraining. Also wir müssen die Maximalkraft entwickeln, das ist die Basis, aber wir müssen auch die Schnellkraft entwickeln und vor allem die Technik forcieren. Und je besser wir technisch sind, umso leichter können wir das Gewicht dann heben. Und das ist der große Vorsprung, den wir vor allem in Deutschland forcieren konnten und hatten. Das typische Training ist morgens nach dem Frühstück, den Vormittag im Krafttraum zu verbringen, alles an der Langhandel. Also Erwärmung am Ergometer, an der Tischtennisplatte, ein bisschen mit den Jungs spielen. Auch für die Reaktion Handel, Fußball oder Handel, Tennis. Es spielt ja auch Fußball über die Handel drüber. Eher nur so als Spaß und für die Geschicklichkeit. Und vor allem keine Fremdeinwirkung. Also wir durften da nicht irgendwie was, wo dann die Männer zusammenkommen, deswegen auch Tischtennis. Aber wenn wir jetzt irgendwas spielen würden, wenn wir Handball spielen würden, wäre es schon wieder gefährlich. Weil dann kommen die Alphatiere und dann geht es halt los. Und das wurde vermieden. Springseil und dann geht es an die Handel, an die leere Handel, 70 Kilo, 100 Kilo und dann geht es los. Drei bis vier Übungen. Und dann Mittagspause, gutes Mittagsschläfchen, Nachmittag das Gleiche wieder. Und abends Massage, Sauna, Essen, Bett. So sieht das jeden Tag aus. Wir haben dann auch freie Tage und das wird so geplant. Also es ist bei uns nicht wichtig, wie viele Stunden du trainierst. Das ist völlig irrelevant, weil die Schweren haben einfach länger gebraucht und die Leichten waren schneller fertig. Also Stunden macht da keinen Sinn, sondern die Wiederholungszahl und die Tonnage. Also wie viele Tonnen du in der Woche trainierst und wie viele Wiederholungen du hast. Und das ist durchgeplant von Januar bis November bis zur WM dann. Aber das wird richtig in Tonnen eingeteilt? Ja, ja. Also 50 bis 100 Tonnen habe ich pro Woche trainiert. Und je nach Belastungszeit zwischen 300 und 500, 600 Wiederholungen. Aber in dem wirksamen Bereich. Und wenn man das mal vergleichen möchte mit dem herkömmlichen Kraftsport, also wenn wir mal verletzt waren oder eine Entzündung hatten und waren dann im Kraftraum, im Kraftraum haben wir dann in der Woche so 3.500 Wiederholungen bekommen für verschiedene Geräte und Übungen. Und wir haben eben maximal 500 trainiert. Wir waren aber im Gewicht eben nach zwei Tagen mehr kaputt als nach einer Woche Kraftraum. Okay. Weil das Gewicht eben an der Langhandel eine freie Bewegung ist. Der ganze Körper muss permanent frei arbeiten und zusammenarbeiten. Das ist brutal anstrengend. Und ich habe Ihnen, gerade im Sommer, wenn es heiß war, war ja auch schwer, aber ich habe in einem Training, wenn es intensiv war, vier Kilo verloren. Flüssigkeit natürlich erstmal. Aber ich war zwei Kilo leichter und habe zwei Liter getrunken. Das ist in einem Training. Also da sieht man, was der Körper da leisten muss. Und um es vielleicht noch ein bisschen besser zu erklären, mein Gewicht, aber siehst du ganz gerne mal sitzen im Training. Also wenn wir begleitet wurden, auch mal medial im Training begleitet, dann saßen wir relativ viel. Aber der Puls ist das ganze Training zwischen 130 und 180. Permanent. Weil du gehst an die Handel und wenn du eine Fünferwiederholung machst mit 170 Kilo reißen, dann ist der Puls auf 190. So. Dann kannst du nicht mehr sprechen, dann setzt du dich hin, machst gerade noch die Scheiben für den nächsten Versuch dran, für 175. Dann brauchst du eine Minute, dass er auf 130 runterkommt. Und wenn du so halbwegs wieder sprechen kannst, 120, gehst du schon wieder an die Handel. Also wir kommen nie auf einen Ruhepuls oder nie auf 70, 80, sondern es geht permanent durch. Bei einem Marathonläufer siehst du, dass er stundenlang durchläuft. Und im Endeffekt laufen wir auch durch. Obwohl wir sitzen zwischendurch. Weil das hat eine extreme... Und trotz allem, wenn ich das so höre, kommt mir das Training relativ monoton vor. Beim Fußball ist es so, also ich hatte immer Spaß, man läuft, man macht halt Dinge, die auch wirklich Spaß bereiten. Klar, das Laufen gehört dazu, das war dann nicht so das Spaßige. Aber insgesamt, wir waren große Kinder irgendwie. Dein Training hört sich sehr monoton an. Kamst du hin und wieder mal an den Punkt, wo du dich selber gefragt hast, was mache ich hier eigentlich? Oder beziehungsweise warst du kurz davor auch mal zu sagen, ich höre auf? Also aufhören nicht, aber die Frage schon, warum mache ich das? Und es war eigentlich immer nur die Aussicht, naja, so lange können wir es ja gar nicht machen. Also mit Anfang 30 ist es eh vorbei, du hast nur das halbe Leben vor dir. Es kommen schon die Situationen, weil es monoton ist und weil dann zeitgleich die temporären Schmerzen da sind. Also dieses von der Trainingshalle hoch in den ersten Stock in die Umkleide war dann manchmal so wie ein 80-jähriger Mann, weil du halt völlig kaputt bist und dir alles wehtut in dem Moment und dann brauchst du wirklich, du weißt, du brauchst den ganzen Abend, dass du dich wieder erholst und deine Massage und nochmal eine Sauna und dann irgendwie möglichst nur liegen und nicht viel bewegen, damit du wirklich am nächsten Tag wieder fit bist. Das ist schon heftig. Was geholfen hat, und deswegen haben wir das oft gemacht, sind Trainingslager. Also dann eben auch mal nach Teneriffa fliegen, wenn es dann ging, dann wurde auch mal ein Hotel umgebaut, dann guckst du aufs Meer und hast, also Kraftraum im Hotel umgebaut und dann guckst du aufs Meer und siehst Palmen und isst am Abend Serrano-Schinken und Knoblauch-Garnelen und das war es für die Seele, damit du nicht immer dasselbe weiße Wand siehst. Das macht schon einen Unterschied. Wir haben auch als Trainingsgruppe trainiert, obwohl wir Einzelsportler sind, also Nationalmannschaft trainiert zusammen, die unterschiedlichen Gewichtsklassen. Das ist manchmal schön, manchmal nicht. Also hier geht es ja nicht darum, wir schießen ja nicht alle aufs selbe Tor, sondern am Ende des Tages wissen wir nach vier Jahren geht es nur um drei, vier Olympiastartplätze, also da sind wir nicht immer Freunde. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite tut es trotzdem gut. Sprüche, derbe Witze, dann trotzdem sich gegenseitig motivieren, wenn ein Athlet an die Bestleistung geht, dann hat man schon auch wirklich ernsthaft den motiviert und unterstützt. Das hat schon geholfen. Und unser Bundestrainer Frank Manteg hat tatsächlich immer versucht, auch über das Persönlichkeitsprofil Motive herauszukitzeln, was jemand antreibt. Und da war jeder Athlet anders. Das hat auch enorm geholfen. Was hat dich denn angetrieben? Naja, zum einen war es tatsächlich diese Aufmerksamkeit, aber die war immer schwer zu beeinflussen. Im Training war das schwer, deswegen war ich auch kein klassischer Trainingsathlet. Ich habe brav gearbeitet im Training und auch mehr, aber es war unheimlich schwer, Bestleistung zu machen für mich. Ich konnte im Wettkampf deutlich mehr. Das war immer so für einen Trainer halt ein Wahnsinn, wo andere Athleten dann nur knapp mehr konnten. Das war eben klar. Das ist ja auch nicht immer so. Eigentlich ist es oftmals so anders. Ja, aber das war ja meine Stärke, dass ich genau mit diesem Druck umgehen konnte. Ich habe Druck gebraucht. Ich habe manchmal ein bisschen so eine Konfrontation gebraucht, aber was mich gar nicht motiviert hat, war Geld. Also überhaupt nicht. Das hat man schon in jungen Jahren gemerkt, wo ich mal von meinem früheren Trainer mal 50 Euro auf die Plattform bekommen habe. Wenn ich das jetzt reiße, dann gehören die mir und das war ja viel, viel Geld als junger Mann, nicht geschafft. Das hat mich nicht motiviert und wenn du das nicht drin hast, dass es dich motiviert, dann macht es keinen Sinn. Und mich hat viel mehr motiviert, wenn auch in der leeren Trainingshalle einer da war, der mir wichtig war. Das musste kein prominenter Mensch sein, sondern einfach jemand, den ich mag, den ich schätze, den ich selten sehe oder so. Deswegen hat der Trainer ab und zu mal jemanden kommen lassen, ohne dass es so nach der Mal rausgesehen hat, der dann zufällig da war mal und das hat mich dann motiviert. Da tickt jeder anders. Familie war mir immer extrem wichtig. Gut, eine Zeit lang hatte ich ja keine, aber dann gegen Ende meiner Karriere war dann schon so, dass dann auch meine Frau mit ist ins Trainingslager und auch unser Kind, wo das erste Kind da war, mal mit dabei war. Bei den anderen teilweise nicht. Das hängt vom Athleten ab. Glaubst du, dass jeder so einen Trigger in sich hat? Also weil du gerade auch meintest, dass dein Trainer irgendwie auch so Persönlichkeitsprofile fast erstellt hat und glaubst du, jeder hat sowas? Man muss es nur finden. Wir haben die erstellt. Er war auch überzeugt davon, dass die Persönlichkeitsprofile das durchschlagende Werkzeug in Zukunft in allen beruflichen Bereichen werden und hat aber dann schnell festgestellt, es kann auch gefährlich werden. Also wenn du das ja freigibst, preisgibst, deinem Vorgesetzten gegenüber zum Beispiel, dann kann er dich ja auch manipulieren. Er kann ja genau die Motivation verhindern. Er kann dich steuern. Also das hat zwei Seiten, dieses Schwert. Motivation und Persönlichkeitsprofil. Also wenn ich von dir alles weiß, wie du tickst und ich bin ein Fuchs, dann kann ich dich so manipulieren, dass ich Dinge verhindere bei dir oder ich kann es manipulieren, dass ich sogar herauskitzle und motiviere. Aber als Trainer natürlich vertraut man da oder als Athlet vertraut man Trainer, Athleten gespannt. Wir wollen ja beide erfolgreich sein und wir haben dann auch das, wir haben dieses Persönlichkeitsprofile erstellt. Jeder Athlet hat das gemacht. Und da gab es Athleten, die hatten Beispiel als Motiv Rache. Der hat immer eine Rache-Situation gebraucht. Die musste man dann künstlich erzeugen, wie auch immer. Ist aber nichts Negatives. Das ist ja keine negative Eigenschaft, sondern das ist eine Eigenschaft, die ist stark oder schwach ausgeprägt. Und so ist es mit Geld und mit Familie und mit Liebe und mit was auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und natürlich, das spielt eine ganz große Rolle. Deswegen sind die Menschen unterschiedlich erfolgreich. Finde ich total spannend. Mit 19 Jahren hattest du so den ersten kleinen Schuss von Bug, würde ich mal sagen. Da wurde bei dir nämlich Typ 1 Diabetes festgestellt. Das war sogar noch 17. Also einen Tag vom 18. Geburtstag war es. Okay, dann habe ich falsch recherchiert. Aber dann habe ich wieder was dazugelernt jetzt. So eine Diagnose zu bekommen, ist ja zum einen erstmal etwas, was du jetzt nicht hast kontrollieren können. Weil das habe ich ja gerade schon gelernt. Du kontrollierst gerne Dinge. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es auch dein Training ziemlich beeinflusst hat. Wie war das damals? Naja, ich war in der Phase vom Hobbyathleten zum doch schon halbwegs Leistungssportler. Und es ist deswegen so ein prägendes Datum. Einen Tag vom 18. Geburtstag. Mit 18 bist du ja volljährig, du bist erwachsen. Und da kann also nichts Blödes passieren als so eine Diagnose, die du ja gar nicht einschätzen kannst. Ich meine, wenn wir jetzt hier über Typ 1 Diabetes sprechen, bin ich mir sicher, dass es viele gar nicht wissen, was es bedeutet. Diabetes, das Wort kennt man, ist eine Volkskrankheit. Das ist aber Diabetes Typ 2. Und das ist das, was die breite Masse hat durch Fehlernährung, durch Mangelbewegung, was auch immer und natürlich auch genetische Voraussetzungen. Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, der Körper rebelliert sofort dagegen. Das Immunsystem versucht von außen Viren abzuwehren. Ich hatte einen globalen Infekt gehabt, war dann später klar. Und der Körper hat dann versucht, das abzuwehren und hat aber auch die gesunden Zellen zerstört. Und das waren bei mir die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Und das ist Typ 1 Diabetes. Das passiert dann im Endeffekt, du produzierst kein Insulin mehr und musst seit deines Lebens Insulin spritzen, Zucker messen und ja, dein Stoffwechsel ist im Endeffekt nicht mehr ganz in deiner Hand. Also wenn eine Sache im Stoffwechsel nicht funktioniert, ist der ganze Körper durcheinander und deswegen müssen wir das dann ganz gut kontrollieren. Ist natürlich fatal fürs Gewichtheben, weil Gewichtheben eine Sportartiste ja durch diese Pulsspitzen und Absenken permanent auch in der Zuckerverbrennung ist. Das heißt, es geht immer hoch, runter, hoch, hoch, und nichts Blöderes gibt es da, als Typ 1 Diabetes zu haben, weil da wirklich optimale Werte zu haben, die ganze Zeit ist der Horror. Und die Diagnose zu bekommen ist auch mit 17, mit 18 nicht besser als als Kind. Das haben ja viele Kinder, das ist oft eine Krankheit, die ja dann sehr früh beginnt. vor allem, wenn sie noch nicht sieben Jahre alt sind, dann können sie selber noch nicht steuern, dann haben die Eltern wahnsinnig Stress, schlaflose Nächte, dann kommen sie in die Pubertät, was auch immer. Also da gibt es richtig, richtig, richtige Dramen, deswegen setze ich mich da ehrenamtlich ganz viel ein dafür, dass ich der Familien unterstütze. Aber es ist dann trotzdem am Ende des Tages eine Erkrankung, wenn du das annimmst, dass du dann sehr schnell sehr viel über deinen Körper lernst und weißt, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Und im Endeffekt bin ich, um es ganz plump zu sagen, hier am Tisch, ich fahre mein Auto mit Handschaltung und du fährst Automatik. Das ist jetzt vereinfacht, weil so einfach ist es nicht, dass ich nur schalten muss, sondern ich muss wirklich viele Prozesse im Alltag kennen, damit ich wirklich möglichst eine gute Lebensqualität habe. Das heißt jetzt auch nicht im Umkehrschluss, dass ich nichts essen darf oder ich werde gerne oft gefragt, darfst du das jetzt und das darfst du nicht. Ich sage, ich darf genau das, was du als Gesunde auch darfst. Ja, aber wieso? Ich sage, ja, weil du, wenn du einfach deine Limonaden trinkst, nicht, weil ich weiß, die Limonaden tun mir nicht gut. Ich sehe ja, was Limonaden oder Süßigkeiten auch im Körper verursachen. Natürlich nasche ich mal, aber deutlich weniger, als ich das als Gesunde wahrscheinlich getan hätte. Aber das ist ja jetzt auch eigentlich verrückt, wenn ich darüber nachdenke, ist es ja eigentlich eine Krankheit, so schlimm es klingt, die dir jetzt sogar fast in die Karten spielt, weil du magst es, dein Leben zu kontrollieren und Dinge in die Hand zu nehmen und das musst du ja jetzt beim Essen und Trinken ebenfalls tun. Ist es, ist es. Ich habe natürlich viel Erfahrung, also man darf sich jetzt meinen Alltag nicht so vorstellen, dass ich den ganzen Tag nur kontrolliere und mich verrückt mache, sondern ich habe eine Smartwatch und ein Smartphone mit einem Sensor verbunden, wo ich alle Daten bekomme, die ich brauche, die ich dann super verarbeiten kann. Mit meiner 23-jährigen Erfahrung kann ich das super spielen und trotzdem gibt es aber Situationen, wenn zum Beispiel ich habe eine Insulinpumpe, die er Insulin abgibt oder die ich steuern kann, dann verstopft man der Katheter, dann steigt der Blutzucker. Ich habe ein Essen gegessen falsch eingeschätzt, weil ich im Restaurant nicht weiß, was drauf ist. Also ich komme trotzdem jeden Tag in eine Situation oder kann in Situationen kommen, wo der Blutzucker nicht optimal ist. Und die Gefahr an der Sache ist ja, dass ich über Jahrzehnte immer wieder so schlechte Werte habe zwischendurch, dass ich in Summe dann einfach mal früher einen Herzinfarkt bekomme, früher erblinden könnte, früher Nierenprobleme bekomme und so weiter. Das ist natürlich schon dieses Damoklesschwert, das ich mit Typ 1 Diabetes habe und deswegen darf ich es nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Es ist entspannter mitzuleben, aber es ist trotzdem nicht so schön. Also ich würde es schon gerne tauschen. Und auf der anderen Seite hilft es dir natürlich, dass du Sportler bist oder warst, dass du halt auch sehr diszipliniert bist, was ja auch in dem Fall hilfreich ist. Aber trotzdem, du hast gerade gesagt, mit 17 hast du diese Diagnose bekommen. Hast du dann auch schon bereits damals dieses Sportler-Mindset gehabt und gesagt, so ich nehme das jetzt an und ich komme damit gut klar oder war das dann für dich auch erstmal so eine Phase, wo du dich schütteln musstest oder war gleich dieser Schalter umgelegt, so ich gehe in die nächste Aufgabe? Das muss man sich so vorstellen, ich habe die Diagnose damals noch in Österreich in einem klassischen Landeskrankenhaus bekommen. Ich habe schlechter gesehen, weil ich schon das Monate mitgetragen habe. Ich wusste nicht, was ich habe. Ich habe Gewicht verloren, ich habe viel Durst gehabt. Meine Freunde haben schon gesagt, du hast jetzt fünfte Apfelsaft gespritzt, also Apfelschorle und so weiter. Irgendwas stimmt da nicht mit dir. Und dann habe ich schlechter gesehen, bin zum Augenarzt und der hat sofort Zucker gemessen. Ich meine, die Symptome sprechen eher auf Zucker. Und dann kam ich halt, weil ich gerade 18 wurde, auf die Erwachsenenstation. Also nicht mehr auf die Kinderstation, die Erwachsenenstation lag dann da. Und dann kriegst du Augentropfen, damit der Augenhintergrund gemessen wird, ob noch alles gesund ist bei dir. Also du wirst halt komplett durchgecheckt. Und das Schlimme, das Fatale war damals, dass ich ein Zimmer hatte zum Park, wunderschön. Aber nebendran war die Pathologie. Und wenn jemand gestorben ist, dann haben die die Abkürzung durch den Park genommen, mit den Blechsägen. Und das war für mich so ein schlimmes Erlebnis, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt wirklich kurz vor Ende. Ich wusste nicht, was Diabetes bedeutet. Keiner hat das bei uns. Ich habe keine Ahnung gehabt. Mit Krebs konnte man auch, dieses Drama hatte man gespürt und wusste, es ist schlimm. Aber Diabetes war für mich dann plötzlich ganz schlimm, weil ich überhaupt nichts wusste. Und dann, du darfst nicht und das darf nicht und Diät halten und alles ist anders und arbeiten auf der Baustelle. Ich habe damals noch Anlagenmechaniker gelernt, also Instaurateur, Gas, Wasser, Heizung. Ich dachte, okay, es ist alles vorbei. Sport sowieso. Und nach einer Woche habe ich aber gemerkt, man zwickt an mir herum und man spritzt und sticht und macht und tut, aber irgendwie verändert sich an mir jetzt nichts negativ. Und ich habe dann auch wieder Leichtgewicht zugenommen und habe dann irgendwann gefragt, ob ich mich bewegen darf. Nein, das ist noch nicht. Das ist viel zu früh und das darf ich nicht. Ich habe diesen Drang, was zu tun. Nein, das ist noch zu gefährlich und ich möchte auf den Ergometer unbedingt. Ich musste unterschreiben, dass ich das darf. Dann habe ich mich drauf gesetzt und nach einer Stunde habe ich gemerkt, okay, Traubenzucker hatte ich mit. Ich fühle mich besser als vorher. Also kann es nur gut sein. Und das war so auch dieser Moment. Ich wusste aber nicht in meiner Naivität damals, wie aufwendig das wird, leistungsfähig dann zu sein damit. Das ist schon ein wahnsinniger Aufwand, auch für heute jeden Tag in einem optimalen Zuckerbereich zu sein, alles vorher zu kalkulieren, um richtig trainieren zu können, Time Management. Ich meine, es ist schon so, dass ich meinen Alltag schon ein bisschen egoistischer gestalte, ohne es lang zu erklären, wann ich meine Bewegung brauche und wann ich etwas esse, damit es mir gut geht. Es kann von außen kaum jemand verstehen. Ich nehme mittlerweile ganz gerne das Beispiel jetzt, oder möchte immer darauf hinweisen, weil er es erst seit kurzem bekannt gemacht hat, das ist Alex Zverev, der die Typ 1 Diabetes Erkrankung jetzt publik gemacht hat. Er hat es schon sehr lange. Er hat es lange geheim gehalten. Ich finde es extrem super, dass er damit jetzt rauskam. Und ich weise darauf hin, dass wir ihn nochmal mit ganz anderen Augen betrachten als Zuseher. Leistung. Auch wenn er mal vielleicht einen Ausrast am Platz hat oder was auch immer, das ist ja normal, sind sportliche Emotionen, das hat ja John McEnroe schon gemacht. Und war dann irgendwie doch sympathisch. Und was Alex da am Platz leisten muss oder leistet, um überhaupt, oder vor dem Platz schon leistet, um überhaupt am Platz leistungsfähig zu sein, ist gigantisch. Das kann nur ich oder jemand wie ich einschätzen, der es selber hat. Das ist, also wenn er jetzt, ich glaube aktuell ist er, was ist er, Nummer 6 oder wie auch immer, also er ist in den Top 10. Da zu sein als Typ 1 Diabetiker ist ein Wahnsinn. In einer Sportart, die ja auch wahnsinnig pulsintensiv ist und lange geht und er braucht gute Zuckerwerte, um stabil zu sein. Schlechte Zuckerwerte bedeuten schlechte Erholung. Das ist fatal für ihn. Also das sind so Themen, da möchte ich nur darauf hinweisen. Das ist schon ein großer Einschnitt, Typ 1, aber es kann ihm auch eine große Hilfe sein im Sinne von, ich sehe, wann es meinem Körper schlecht geht oder wann es ihm nicht so gut geht, wann ich was tun muss. Aber es ist schon, es ist im Endeffekt schon dann eine Behinderung, die man, ja, unter Kontrolle haben muss. Du bist heute Unternehmer, da sprechen wir später drüber und auch Diabetes hat, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, warum du in diese Unternehmung gegangen bist, in der du heute bist. Aber wie gesagt, das besprechen wir ein bisschen später. Du hast es dann geschafft, in den Leistungssport zu kommen. Deine Leistungen sind auch sukzessive besser geworden, gerade von deinen ersten Europameisterschaften 2001 bis 2004. Und dann hattest du mal so eine Phase, wo deine Leistungen ein wenig stagnierten. Was meinst du, woran das lag? Oder hast du eine Erklärung dafür? 2-4. Meine 2-4 habe ich das gelesen, ja. Naja, die Leistung, das war ganz einfach. Ich habe 2004 die ersten Olympischen Spiele noch für Österreich angetreten, hinter mich gebracht, war siebter, war, ich wurde unter die Top 10, war siebter damals und war aber nur 10 Kilo weg von einem Bronzemedal und dachte, okay, da geht noch mehr. Stagniert deswegen, ich habe 110 Kilogramm im Training gewogen, habe aber 10% Körperfett gehabt und musste noch 5 Kilo abnehmen für den Wettkampf. Boah, also ich war leer. Ja, ich war einfach zu groß, zu schwer dafür, für die Gewichtsklasse bis 105 und ich war da für die Gewichtsklasse austrainiert, das ging nicht mehr. Also dann nur mehr abnehmen und nicht leistungsfähig zu sein, das war furchtbar und dann auch in Kombination mit Typ 1 Diabetes, also nichts essen dürfen, ständig die Zuckerwerte erhöht haben, um nichts essen zu müssen, damit man abnimmt. Am Wettkampftag selber noch 3 Kilo zu schwer, in die Sauna mit Regenanzug, noch nach unten gelaufen, mit Spucken und so weiter. Ja, damit man wirklich 104,92 auf der Waage hat, weil wir im Gewichtheben am selben Tag 2 Stunden vom Wettkampf die Waage haben, also wiegen. Und dann war es Essen, dann kam das ganze Essen wieder hoch, weil der Magen einfach seit 3 Wochen schon nichts mehr aufgenommen hat und da war ich froh, dass ich siebter war, dass ich je einen Versuch durchgebracht habe und gerade irgendwie so im Wettkampf geblieben bin und dann war klar, entweder aufhören oder Gewichtsklasse wechseln. Nur, warum habe ich so lange rausgezögert? Gewichtsklasse wechseln heißt im Gewichtheben plus 105, heute ist es plus 110, glaube ich, oder 108, plus 110, plus 105, super schwer. Alle Gegner haben 140, 150 Kilo aufwärts und da bin ich wieder zu klein dafür. Und die brauchst du dann auch wahrscheinlich, ne? Ja, ja, Masse ist Kraft. Also es ist nicht so, dass du jetzt einfach nur zunimmst und du bist stark, du musst es ja trainieren und das war ja wieder die Krux. Also ich habe dann, als ich mich entschieden habe, es super schwer zu gehen, die ersten 10 Kilo waren locker oben, weil ich musste nicht mehr hungern oder bei 120 war ich schnell. Ja, dann kannst du auch mal eine Pizza essen oder was auch immer, auch wenn es nicht so gesund ist, aber es geht da mal rein. Aber du trainierst da wieder viel mehr. Du kannst ja plötzlich viel mehr Tonnen trainieren, noch bis belastungsverträglicher, weil du mehr essen kannst, Essensregeneration. Und dann kam irgendwie der Punkt, dass dann wieder nichts mehr zunehmend ging und dann kamen die Kohlenhydrat-Shakes ins Spiel. Und weil es einfach mit Essen nicht mehr ging, da muss man halt flüssig hinterherhelfen. Und da merkt man dann schon, auch analog zu heute, zu unserer Gesellschaft, dass einfach Kohlenhydrate und Zucker das pure Zunehmendmittel sind. Und das war da immer auch so. Das ist natürlich ein Energieträger gewesen, gar kein Thema. Aber das Zunehmen war schwieriger als das Abnehmen. Aber das war die Entscheidung und die hat mir auch Recht gegeben. Es war dann sehr schnell, sehr klar, dass ich dann noch eine wahnsinnige Leistungsexplosion habe damit, logischerweise. Und ich habe das im letzten Jahr vor Peking dann schon gespürt, da geht was. Wobei du 2005 bei der EM in Sofia war, die glaube ich, bist du dann, hast du glaube ich dein Einstiegsgewicht nicht geschafft. Und dann gab es, zumindest laut meiner Recherche, dann auch irgendwie so ein bisschen Unstimmigkeiten mit dem österreichischen Verband. Und die dann vielleicht auch hinterfragt haben, ob es richtig war, für dich in die nächste höhere oder in die höchste Gewichtsklasse zu gehen. Du bist dann aber dabei geblieben. Und warst du davon überzeugt, einfach, dass es der richtige Schritt ist? Weil ich glaube, das ist so eine Konfrontation, oder ich weiß nicht, ob es eine Konfrontation war, aber zumindest eine Unstimmigkeit mit dem Verband, dass man darüber diskutiert. War es wirklich diese reine Überzeugung, dass du dabei geblieben bist, im Superschwergewicht zu bleiben? Ja, das war klar, dass ich da bleiben muss. Die Geschichte, das hat ja ganz andere Hintergründe. Man muss sich das so vorstellen, der Gewichtüberverband in Österreich war ja ein reiner Amateurverband. Das einzige hauptamtliche Amt war die Sekretärin. Der Rest war alles, naja, das ist ja, Ehrenamt ist gut und das braucht man auch in Deutschland, gar kein Thema, aber das merkt man auch im Leistungssport, Ehrenamt funktioniert nicht überall, weil das machen ja oft Menschen, die Dinge gern tun. Das heißt aber nicht, dass sie es automatisch gut tun. Also du brauchst dann schon noch bezahlte Kräfte, die qualifiziert sind dafür, für gewisse Positionen. Und das ist gerade im Trainerbereich und im Funktionärsbereich, in den Verbanden, die Spitzenpositionen müssen einfach gut bezahlt sein und da brauchst du gute Leute. Das hatten wir damals nicht. Und so haben diese Funktionäre über mich entschieden, wie meine Karriere geht und es hat nie funktioniert. Falsche Gewichtsklassenmeldungen, ich konnte in der Junioren-Weltmeisterschaft nicht mitmachen, weil ich in der falschen Gewichtsklasse gemeldet war. Das musst du dir mal vorstellen, als junger Athlet, als 19-jähriger Athlet, der den Bronzemedaille bei der Junioren-WM holen kann, sitzt in Griechenland und kann nicht starten, weil er falsch gemeldet ist. Einfach, weil es ein Funktionär verbockt hat. Und so ging das die ganze Zeit. Da könnte ich jetzt ausholen, will ich aber nicht. Und das war dann der Grund. Das heißt, das Superschwer hat da keine Rolle gespielt. Da war eher das Thema, das der damalige Trainer nicht hatte, das war auch keine einfache Situation für mich, nicht optimal. Das ist einfach total übertrieben. Er hat gemerkt, ich bin belastungsverträglich, auch eine ganz extreme Stärke von mir im Training, dass ich wahnsinnig viel trainieren konnte, ohne dass es mir schlecht geht. Aber ich hatte nie die richtige Erholung gehabt und deswegen habe ich die Lasten da auch nicht geschafft. Viel zu früh, im Endeffekt nach einem halben Dreiviertel lag in diesem Superschwer schon viel zu hohe Einstiegslasten. Das war einfach sinnlos. Das haben wir dann in Deutschland viel behutsamer aufgebaut. Erst mal peu à peu die Leistung nach oben geschraubt und vor allem auf die Technik den Schwerpunkt gelegt. Und das war ja dann, ich habe ja dann drei Jahre Zeit gehabt mit der Einbürgerung. Das wusste ich vorher nicht, aber es hat drei Jahre gedauert, bis ich Deutscher werden kann. Und in der Zeit haben wir natürlich wahnsinnig viel daran arbeiten können, dass ich technisch stärker werde. Der Grund, warum du dann Deutscher Staatsbürger wurdest und so dann auch 2008 Olympiasäger wurdest, war deine erste Frau Susanne, die du 2004, glaube ich, kennengelernt hast. Und sie war in dieser Zeit natürlich auch schon an deiner Seite. Wie wichtig war sie gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo du halt das Schwergewicht oder das Superschwergewicht ins Superschwergewicht gekommen bist, wo es dann mit dem österreichischen Verband ein paar Diskussionen gab, wie wichtig war sie für dich? Weil ich weiß, als Leistungssportler ist es halt immer so, es geht immer um den Fußballer, in meinem Fall. Die Frau ist immer so in der zweiten Reihe so ein bisschen. Was für ein Anker oder wie wichtig war sie für dich in dieser Zeit? Na gut, sie hat es mir grundsätzlich leichter gemacht, Entscheidungen zu treffen. Aber es war noch gar nicht die Entscheidung, nach Deutschland zu kommen, sondern sie hat eine Ausbildung im Hotelmanagement gemacht und wollte eigentlich nach Österreich kommen. Nähe zu Wien, auch viele Hotels und so weiter. Sie war da flexibel und fand es toll. Das Witzige an der Geschichte ist, sie hat mich ja, sie war ein Eurosport-Fan und hat ganz viel Skispringen. Martin Schmidt, Hanna Wald und so weiter war da so ein richtiger Fan und hat dann zwangsläufig natürlich auch Gewichthemen gesehen, weil wir auf Eurosport stattfanden. Und hat sich der Hals über Kopf in mich verliebt. Und damals noch Briefe geschrieben. Ach Quatsch. Naja, das war noch keine Internet-E-Mail-Zeit. Das ging alles erst so richtig los. Das ging noch über Briefe. Das hat das Leben schon durcheinander gebracht ein bisschen. Und dann war eigentlich klar, sie kommen nach Österreich und dann, in der Zeit aber, waren die Schwierigkeiten mit dem Verband so massiv, dass ich dann eigentlich gesagt habe, nein, ich kopf in Deutschland an. Weil es gab für mich die Option aufhören oder woanders hingehen, nur wo sollst du hingehen. Andere Nationen warten nicht auf mich. Gerade die ehemaligen Ostblock-Nationen waren ja stark im Gewichtheben. Die haben nicht gewartet auf den Steiner. Und ich war ja noch nicht die Granate. Ich war halt Siebter bei Olympischen Spielen, okay. Aber noch nicht der Überflieger. Und in Deutschland habe ich das große Glück gehabt, dass es ein Nachwuchsloch gab. In den 90er Jahren Gewichtheben, Gollene Jahre. Olympiasieger, Olympiamedaille, ein Weltmeister ohne Ende. Und die haben dann alle aufgehört. Und in der Zeit hat man vernachlässigt, den Nachwuchs aufzubauen. 2004 war ein Riesenloch für Deutschland. Keiner unter den Top Ten. Und der Österreicher wird Siebter. Das war eine schöne Visitenkarte für mich, beim Bonustrainer anzuklopfen. Der war ja trotzdem noch nicht so beeindruckt von mir, weil er gemerkt hat, naja gut, die Leistung ist jetzt nicht überragend, ist okay, Siebter. Aber war halt besser als jetzt unsere Leute aktuell. Na, ich höre ihm halt mal zu. Und was ihn wiederum beeindruckt hat damals, war mir auch nicht bewusst. Wir haben uns zwei Tage getroffen, trainiert, gequatscht, gegessen, alles Mögliche. Und am Ende, nach zwei Tagen, fragte er mich, Herr Steiner, das ist jetzt alles super, was Sie mir da so erzählen. Und ich finde das toll und schön, dass Sie kommen wollen. Aber eine Frage habe ich, stellen Sie sich das mit dem Geld vor, wer soll das nicht bezahlen? Haben Sie sich nie die Frage gestellt? Habe ich gesagt, das spielt jetzt keine Rolle, ich muss ja nur Gewicht heben können. Also es war ja kein, ich habe ja kein Auto gebraucht, kein Luxus, irgendwie ein Dach über den Kopf und trainieren. Und die richtigen Rahmenbedingungen. Und das hat ihn halt dann fasziniert. Das war halt sein, das hat man aber später verraten, dass es für ihn einer der wichtigen Punkte war, weil ja schon genug Leute nach Deutschland kommen und auch Gewicht überwerben wollen, aber eben aufgrund des Geldes. Weil es vielleicht viel ihr besser geht. So, und dann hat es mir meine Frau einfach leichter gemacht, zu sagen, sie ist ja von hier. Und da muss man vielleicht ein bisschen die Hintergrundgeschichte kennen. In Deutschland wirst du ja nicht über den Bund eingebürgert. Der Bund hat ja ziemlich früh, der hat schon 2005 zugesagt, ja, also Berlin hat zugesagt, Steiner kann Deutscher werden, aber entscheiden tut es das Land. Länder sind ja sehr stark in Deutschland. Deswegen haben wir es ja manchmal schwer. Okay, in welches Land gehen wir? Meine Frau kam aus Sachsen. Sachsen hat eine Sporttradition, das muss super, das muss schnell funktionieren. Und hat aber dann nicht so schnell funktioniert. Da gab es aber dann, da gab es Vorgeschichten, dass vorher andere Athleten eingebürgert wurden und es dann so ein bisschen Stasi-Vergangenheiten gab von Trainern und so weiter. Und das hat es mir dann schwer gemacht einfach. Nee, der Steiner muss drei Jahre warten. Es ist eine schwierige Geschichte, aber drei Jahre. Und ich war tatsächlich einer der Ersten, der den Einbürgerungstest in Deutschland gemacht hat. Also ich musste das Grundgesetz lernen. Ich musste auch die Paragraphen zitieren können aus dem Grundgesetz. Ich glaube, mehr als 80 Prozent der Deutschen wusste ich da zu dem Zeitpunkt. Interessant. Wir müssen jetzt einmal, einmal muss ich dir die Frage stellen, beziehungsweise müssen wir über Susanne sprechen, denn am 16. Juli 2007 ist deine Frau schwer verunglückt mit dem Auto. und zwar aufgrund einer, wahrscheinlich aufgrund einer Fahrlässigkeit des Unfallgegners, sage ich jetzt mal. Du hast davon erfahren, bist direkt ins Krankenhaus gefahren und wurdest von den Ärzten abgefangen und es wurde dir berichtet, dass deine Frau noch lebt, aber dass sie es wohl nicht schaffen wird. 50-50. Oder 50-50. Aber jetzt, ich habe dich jetzt so, also erst mal, das ist unfassbar, dass eigentlich das Schlimmste ist, was einem passieren kann. Dann kommt bei dir noch dazu, du magst natürlich gerne so dein Leben so kontrollieren und alles so ein bisschen im Griff haben. Das war jetzt etwas, was dich ja natürlich komplett rausgerissen hat. Die grundlegenden Dinge. Die grundlegenden Dinge. Aber was in diesem Moment, okay, 50-50 wird dir gesagt, war dann bei dir so dieser Sportlerinstinkt, okay, sie wird überleben und obwohl die Ärzte jetzt gesagt haben, es sieht eher schlecht aus, was ist dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen? Ich kann es gut lesen, das Gegenüberlesen. Nicht immer richtig, aber ich spüre schon, ob wirklich die Wahrheit dahinter ist oder nicht. Und ich habe schon gespürt, 50-50 glaube ich ihm nicht. Er muss es natürlich sagen. Du kannst deinem Arzt keinen Vorwurf machen. Er kann nicht herkommen und sagen, ja, ihre Frau wird es wahrscheinlich nicht schaffen, sondern es war 50-50 und dem war schon klar, es wird nicht gehen. Es hat dann ein paar Stunden gedauert. Ich durfte aber nicht zu ihr, weil sie ja noch operiert wurde und ich habe dann den Trainer angerufen, dass er mich holt. Ich bin noch zurückgefahren, das noch, aber dann war es so ein Schockzustand. Ich habe dann gebeten, dass er mich irgendwie abholt, weil ich schaffe es nicht mehr und ich muss ins Krankenhaus. Ich habe dann Sachen gepackt und ihr Lieblingsstofftier hat man im Jungen- und Erwachsenenalter ja auch noch meistens mitgenommen und dann sind wir ins Krankenhaus und das war damals schon alles, das war ziemlich heftig. Und als ich dann da hinkam, es war ja auch so, im Krankenhaus habe ich ja gesehen, in der Notaufnahme, da sind ja Blutspuren und alles, das siehst du ja alles schon, das ist ja kein Spaß dort. Da geht es wirklich um Leben und Tod. Und Notaufnahme heißt ja auch so. Und da war, eigentlich war für mich klar, das wird nichts mehr. Und ich habe ihm das angesehen, den Arzt. Und dann, als ich wieder reinkam, war sie halt in dem Zimmer und sie sagt, sie lebt noch, aber sie schafft es nicht. Und das war für mich eigentlich, das war für mich so total unverständlich, wenn jemand noch lebt, warum kann er es nicht mehr schaffen? Also der Körper arbeitet noch, der Körper kämpft ja noch irgendwo und schafft es trotzdem nicht. Und damit komme ich ganz schlecht klar. Weil wenn jemand sofort tot ist, ja, logisch. Aber wenn jemand noch kämpft und das dann nicht möglich ist, ist für mich was ganz, ganz Schwieriges. Was man schon sagen muss, man hat sich dann bemüht, sie noch schön darzustellen und da liegen zu lassen. Und ich habe da schon Entscheidungen treffen müssen, die halt richtig, richtig heftig sind. Weil, was habe ich natürlich als einer der ersten Sachen gemacht? Ich habe ihre Mutter angerufen, weil sie ist ja die Mutter, die aber vier Stunden weg gewohnt hat. Und, ja, den genauen Verlauf weiß ich nicht mehr, aber ich habe geraten, nicht zu kommen. Ich habe gesagt, du, die vier Stunden Fahrt sind wahrscheinlich das der Horror für dich. Ich möchte auch nicht, dass dir noch was passiert bei dem Fahren und ich weiß auch nicht, ich kann dir nicht sagen, wie es ausgeht und du kannst gerade nichts machen. Und wenn es gut geht, kannst du immer noch kommen, morgen, übermorgen, wann auch immer. Aber, weil sie auch gefragt, was soll ich jetzt machen? Aber ich habe gesagt, nee, bleib, ich melde mich. Ja, und dann musste ich mich melden. Sie war wahrscheinlich dann auch nicht mehr bei Bewusstsein in der Zeit? Nee. Später hast du gesagt, aber ich war bei ihr, bis zum letzten Atemzug, ja. Später hast du gesagt, oder Jahre später, glaube ich, es hat dich lange Zeit gebraucht, um in diese Situation mit Dankbarkeit zurückzublicken. Ist es einfach so dieses, okay, du bist jetzt bei deiner Frau und du weißt, dass es wahrscheinlich nicht gut gehen wird, die letzten Stunden mit ihr zu verbringen, dass du dafür dankbar warst? Oder wie stelle ich mir das vor? Weil es ist ein Mensch aus deinem Leben gerissen worden, den du unheimlich liebst und du musstest ja jetzt im Moment zuschauen, wie sie stirbt. Wie hast du da dann irgendwie später Dankbarkeit für? Nein, dankbar für die Zeit, die ich mit ihr hatte. Und Dankbarkeit aber auch, was heißt Dankbarkeit? Einfach, dass ich noch da sein konnte, wobei am Ende des Tages macht es ja nichts aus, ob du dabei bist oder nicht, der Mensch ist nicht mehr da. Das ist, glaube ich, für einen selber immer noch irgendwie gut und schön. Ich bekenne das aus so vielen Familiengeschichten, wenn man nochmal seine Eltern sehen will und jetzt war ich doch nicht mehr dort und dass Leute dann immer mit sich hadern und denken, ja, okay, ob das heute das letzte Mal war oder vor einer Woche, spielt dann keine Rolle mehr am Ende des Tages. Damals habe ich das, ja, als Dankbar empfunden, dass ich noch dabei sein konnte, aber es hilft am Ende des Tages nichts. Und das sind dann die nächsten Tage sind einfach schlimm, weil gerade in so einer Situation geht es dann wirklich um Fragen, auch um Organspende, wenn du von den Menschen noch was entnehmen kannst und du hast dich vorher damit nicht beschäftigt, dann ist das richtig heftig. Mit Anfang 20 redest du doch bitte nicht über Organspende. Das tust du aber mit 40 auch nicht und mit 60 auch nicht. Das schieben wir immer ganz gern weg, gerade hier in Deutschland, über den Tod sprechen, ganz schwierig. Okay, das heißt jetzt nicht, dass du für Organspende sein musst und sollst, sondern ich bin der Meinung und dafür mache ich auch nach wie vor mich stark. Wir müssen uns entscheiden, ob wir es wollen oder nicht. Möchte ich den Ausweis tragen? Ich kann auch in den Ausweis schreiben, nein, ich möchte keine Organe spenden. Aber die Entscheidung muss man anderen abnehmen, weil was ist passiert? Ich musste entscheiden, plötzlich für meine Frau, obwohl ich das ja gar nicht entscheiden kann. Ich wusste ja dann da in dem Moment nicht, wie sie tickt, aber es waren halt dann Themen, wo ich dachte, naja, aber vielleicht hilft es jemandem und es hat tatsächlich jemandem geholfen und das hat dann am Ende des Tages wieder gut getan. Es gibt ja glaube ich auch Länder, da ist es vorgeschrieben, dass man einen Organspendeausweis hat und nur wenn man sozusagen ausdrücklich sagt, ich möchte das nicht, dass es dann sozusagen revidiert wird. Österreich. Ja, in Österreich ist es schon. Deswegen ist es ja, weil es nie so ein großes Thema. Ja, okay. Ich habe gelesen, dass es im Prinzip das zweite Mal war bereits in deinem Leben, dass du in den letzten Stunden bei einem Menschen, bei einem sehr wichtigen Menschen aus deinem Leben am Sterbebett saß und zwar bei deinem ehemaligen Trainer, einer zweiten Vaterfigur, Walter Legel. Hast du dich da gefragt, warum passiert das jetzt immer in meinem Leben? Also dann kommt mit Sicherheit natürlich auch so, könnte ich mir vorstellen, dass da Ungerechtigkeitsfragen aufkommen, warum immer ich, wie bist du damit umgegangen? Bist du dann, du hast vorhin mal gesagt, das Glas ist immer halb voll, aber in solchen Momenten kann das Glas ja nicht halb voll sein. Ja, du denkst doch auch nicht das Glas. Also wie, was gingen die da, um abschließend jetzt nochmal diese Situation zu besprechen, was hast du da in dem Moment gedacht, jetzt sitze ich schon wieder hier und verliere wieder einen Menschen oder hast du da überhaupt gar nicht in dieser Situation denken können? Naja, da spielt was anderes wieder eine Rolle. Also ich habe eine sehr schöne Kinder gehabt, dann kam mir, also Diabetes war das erste einstellende Erlebnis, was ich nicht verstand. Das zweite ein Jahr später war eben Walter Legel, der wirklich wie ein zweiter Vater war und der mich die ersten Jahre sehr geprägt hat als Trainer, meiner ersten Trainer. Ganz feiner Charakter. Der hat meine Persönlichkeit mitgeformt. Da wurde ich aber erwachsen. Komplett erwachsen dann. Da war klar, das ist sowas unfair. Auch da stand ich wirklich bis zum letzten Atemzug bei ihm. Der hat dann einen Gehirntumor gehabt, ein halbes Jahr richtig, das muss man wirklich sagen, dahinvegetieren, das ist so schlimm. Das ist so schlimm und das Einzige, was ich für ihn tun konnte, war, er wollte unbedingt, weil ich ja bei ihm als junger Athlet trainiert habe, im Keller, in seinem Haus, Privathaus, er wollte das bis zum Schluss, dass ich bei ihm trainiere. Er hat das Gewicht immer sein Leben. Der war viermal Olympia-Teilnehmer zum ersten Mal in Rom und das war sein Leben und das wollte er und das konnte ich noch tun und das hat gut getan, aber es hat nicht gut getan, das zu sehen und ich habe das einfach nicht verstanden, warum das, warum, habe aber das dargelernt in der Situation, dass die Frage nach dem Warum nichts bringt. Es gibt dir keiner eine Antwort. Das ist eben genau der Punkt, Typ-1-Diabetes, Verlust, das ist eines der ersten Sachen, die ich immer predige, akzeptieren, die Situation akzeptieren, die man nicht mehr ändern kann. Du kannst sie immer nicht mehr lebendig machen, Typ-1 ist irreversibel, das sind so Sachen, die musst du akzeptieren. Erst dann wird das Leben leichter. Wenn du es nicht akzeptierst und dagegen ankemmst, hast du immer Probleme. Aber kann man so einfach den Schalter umstellen? Nein, nicht sofort, aber du musst es damit auseinandersetzen und es ist klar, da gibt es kein Zurück mehr. Türen schließen. Ende. Diese Tür ist zu, eine weitere geht wieder auf. Völlig klar. Nach dem Tod deiner Frau hattest du erst eine unglaublich schwere Phase, du hast sogar über Selbstmord nachgedacht. Nein, nicht nachgedacht, das ist falsch, oder nicht ganz richtig, sondern die Aussage war auch, und das ist auch so, ich kann es total nachvollziehen, wenn jemand in so einer vielleicht auch Kurzschlussreaktion oder Schnellreaktion, keine Ahnung, irgendwo dann mit dem Auto gegen die Wand fährt oder wo runterspringt oder was auch immer. Ich kann es nachvollziehen. Aber in der Situation warst du nicht? Nein, also nicht ernsthaft, nicht ernsthaft, aber ich kann es nachvollziehen, dass wenn da vielleicht nochmal was schiefläuft, dass du das Hirn aussetzt und sagst, okay, ich jetzt auch, ich sehe keinen Sinn mehr. Mich hat eine Sache davon abgehalten. Ich bin dann wieder manchmal logisch denkend, nüchtern denkend, wenn ich das mache, dann steckt ja meine Mutter in der Situation, die auch sehr an mir hängt und auch eine ganz tolle Frau ist und die steckt dann in der Situation, Vater sowieso auch, und müssen dann damit umgehen und was soll sie sich auch dann erhängen? Das kann ja keine Kettenreaktion jetzt sein. Also musst du das sofort unterbinden. Das geht aber nur, wenn du psychisch stabil bist und aber auch dann irgendwo was hast, wo du dich dran hängen kannst. Das war dann der Sport. Aber die ersten drei Wochen waren eben alles gleichgültig. Da ist einfach alles gleichgültig. Es spielt alles keine Rolle. Du hast auch gerade den Sport angesprochen als wichtigen Anker. Wie stelle ich mir das vor? Wie bist du dann wieder ins Training eingestiegen? Du hast, das habe ich gelesen, du hast deiner Frau am Bett versprochen, dass du Olympiasäger bist. Ist das korrekt? Nein, das kann ich. Ehrlicherweise kann ich das so gar nicht mehr sagen, was mit den letzten Stunden an ihrem Bett, was wir alles besprochen haben. Was war, was war, ist, sie wollte ja mit nach Peking. Sie hat darauf gespart, dass sie mitfliegt und ich habe ihr versprochen, dass ich da hinfahre. Ja, meine, das Olympiasäger werden versprechen, ja, das kam dann später, dass ich das glaube, dass ich es werden kann. Aber in der Situation, es hat ja dann erst mal keine Rolle gespielt für mich. Für mich war auch der Sport gleichgültig und es kam aber dann, wenn du merkst, du, das Leben, die Welt dreht sich weiter, alles läuft weiter wie bisher und es nimmt keine Rücksicht auf dich am Ende des Tages, dann musst du schauen, dass du wieder mitschwimmst in dieser Welt und mitgestaltest. Und das habe ich dann insofern geschafft, als dass unser Bundestrainer dann zu mir kam und hat gesagt, du, hier hast du mal deine Lieblingspizza, iss mal wieder was, du brauchst was. Was ist deine Lieblingspizza, wenn ich das fragen darf, zwischendurch? Ach Gott, es ging grundsätzlich, dass es eine Pizza war, eigentlich, also sie muss scharf sein, ein bisschen Peperoni, Schampi, ist jetzt auch nicht so wichtig. Also Pizza ist ja das Schöne, dass man viel drauflegen kann. Ich, iss was und dann hätte ich gerne eine Entscheidung von dir. Er hat gesagt, komm rüber in die Halle und trainiere wieder, sondern er hat gesagt, ich hätte eine Entscheidung von dir. Wir haben in elf Monaten Peking. Ich stelle jetzt eine Frage, du kannst ja oder nein sagen, aber du musst eine Antwort geben. Möchtest du nächstes Jahr nach Peking? Wenn ja, dann musst du rüberkommen und wenn nein, dann akzeptiere ich auch, dass nein ist kein Thema. Obwohl ich wusste, es hängt wahnsinnig viel ab, auch für ihn. Also es ist ja, wenn du ein Zugpferd bist und Förderung bekommst und Erfolge auch natürlich ausstehen oder anstehen, dann ist es auch ganz wichtig, aber trotzdem, er hat mich nicht unter Druck gesetzt, sondern nur zu einer Entscheidung gezwungen, sanft. Und das ist gut. Im Leben muss man Entscheidungen treffen. Weil da gibt es einen ganz tollen Spruch, wer sich immer alle Türen offen hält, wird sein Leben auf dem Flur verbringen. Der ist stark. Also du kommst nicht weiter. Weil ich könnte da durchgehen und da durchgehen und dann schauen wir mal und sagen, es war klar, Entscheidung ja oder nein. Und nein wäre auch eine Entscheidung gewesen. Es wäre auch eine Tür zu und woanders weiter, dann wäre mein Leben anders weitergegangen. Gar kein Thema. Und vielleicht auch schön und super. Aber die Entscheidung war, nein, ich mache weiter und dann musst du aber rüber und dann geht das Leben knallhart weiter. Die Geschichte kennen wir, du bist nach Peking Olympiasieger geworden und ich glaube viele, auch ich persönlich, kann mich an die Situation erinnern. Nach der Siegerehrung hast du das Bild von Susanne hochgehalten. Unfassbar emotional. Du bist daraufhin, du warst Olympiasieger, du wurdest Sportler des Jahres, Weltgewichtheber des Jahres. Du hast den Bambi erhalten. Alles Themen, die jetzt natürlich extrem positiv sind und das nach einer Zeit, die unfassbar schwer war. Wie hast du diesen Spagat hinbekommen zwischen dem größten Erfolg eigentlich und dem größten Verlust? Wie kann man das überhaupt verarbeiten? Also wie hast du es verarbeitet? Ja gut, man darf eines nicht vergessen, dazwischen lag ja noch mal ein Jahr. Das heißt also, dieses Trauern, das Bild, das ich ja hochgehalten habe, war ja mein ständiger Begleiter im Trainingslager. Das hatte ich ja im Nachtkästchen und war immer mit dabei. Du musst das irgendwie verarbeiten, wie es irgendwie nur geht. Und das war mir halt dann ein Bedürfnis, dass es dort so wie so ein, ich will nicht sagen Abschluss, aber eine runde Sache war, dass es einfach dann mit auf die Bühne kommt, so bei mir sein. Das war natürlich dann, man darf auch eins nicht vergessen, ich habe das Bild nicht in die Kameras gehalten. Das ist immer diese Macht der Medien. Ist schon spannend, wenn man dann eigentlich so wirklich aus dem Nähkästchen plaudert, wie es wirklich war. Ich habe das Bild mitgehabt auf dem Siegerprotest. Dann allerdings ist das zu Ende, da musst du ja von der Bühne runter und dann waren die Fotografen da, ich war ja total aufgelöst vor lauter Freude, habe einen Blumenstrauß, eine Medaille und mein Foto gehabt und die Fotografen stehen vorne unter der Bühne, 20 Stück ungefähr und schreien, 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 ich soll, Medaille und so weiter, ich mache das alles und nehme die Medaille in die andere Hand und so weiter und so fort, bis sie irgendwann das Bild hatten, das sie gesehen haben. Das war für mich, ich habe die Medaille gehabt, die war glücklich, geschwitzt, die wollten immer von der Bühne feiern und so weiter und so fort und dann kam genau das Bild, ich halte das Foto in die Kameras. Das war aber von den Fotografen, die wussten genau, was sie damit erzeugen. Ist ja jetzt nichts Negatives, aber da sieht man mal, bis dann, ich hatte das ja schon vorher mit, gar kein Thema, aber so ist das Bild entstanden eigentlich. Die wussten genau, was es für eine Wirkung hat und es wurde ein Sportfoto des Jahres, das war schon unfassbar. Aber gut, das sind zum Beispiel Themen, das habe ich überhaupt nicht beeinflussen können. Das ist dann passiert, das ist wirklich so passiert und das Schöne ist auch, Gott sei Dank, dass da auch nie ein Vorwurf kam, dass der Steiner da mal irgendwas konstruiert hätte, weil das war ja auch nicht so. Das war einfach so. So kam es mir überhaupt nicht. Nein, das sind so passiert, aber es ist trotzdem von den Fotografen, was er konstruiert. Die haben sich das zurechtgelegt, was sie haben wollten und haben dann, aber auf der anderen Seite auch was in die Welt rausgetragen, was bis heute inspiriert. Ich finde, was ich ganz schräg finde und da kriege ich wiederum Gänsehaut, weil für mich ist dieser Prozess ja, das ist ja längst vorbei. Ich habe ein neues, tolles Leben mit einer tollen Frau und tollen Kindern und alles ist super. Aber was ich heute noch merke, dass jetzt Jugendliche, oder fast Jugendliche, die 12, 13, 14 sind, Fotowollen von mir und mich ansprechen und sagen, wie alt bist du denn? Ja, 13. Du bist jetzt 15 Jahre her, du warst doch noch gar nicht auf der Welt. Ja, du bist doch auf TikTok. Ach Quatsch. Unfassbar. Ja, dann, was macht denn TikTok? Irgendjemand macht ein Video, da gab es noch eine wahnsinnig tolle Animation, die vor zwei Jahren mal jemand gemacht hat. Huch, eine aufwendige Animation von meinem Olympiasieg. Und das ging viral weltweit. Unfassbar. Und das verteilt sich immer wieder und dann kommt man plötzlich zwölfjährige auch in den Genuss, das zu sehen und das zu erleben und berührt die und finden das toll und inspiriert oder ganz schräg genommen auch hier in Berlin passiert, in einem Hotel, im Studio trainiert, dann kommt ein riesen Kerl, total cooler Typ, Basketballer, ein ehemaliger, oder, ja, jünger als ich, aber ein Basketballer und dann quatscht er mich so an und dann habe ich mir gedacht, ja gut, machen wir halt ein Foto, kein Thema und dann irgendwann sagt er, du, ich war damals elf und ich musste in der Schule einen Aufsatz schreiben über meinen Held und ich habe über dich geschrieben. Ja, dann stehst du daneben und dann frierst du plötzlich, weil du einfach von lauter Gänsehaut und dann finde ich das, das sind so, bei allem Negativen, was war auch, sind das dann die Momente, wo du sagst, ja, das ist schön, das ist schön, dass du da was unbewusst weitergeben kannst und wie viele Menschen du eigentlich beeinflusst hast, du weißt das gar nicht. Wenn ich da nicht getroffen hätte, wüsste ich das ja gar nicht und so ist es wahrscheinlich ganz vielen gegangen und ich glaube, das kannst du auch aus dem Fußball nachvollziehen, auch wenn viele Fotos und vieles ist oberflächlich und viel, aber es sind trotzdem Situationen auch im Fußball, die Dinge dann bewegen. Ich möchte gleich über dich als Unternehmer sprechen und auch über diesen Shift, den man als Sportler durchmacht und dann war ja auch ein relativ extremer Shift. Abschließend nochmal, zu den letzten Momenten nach deinem Sieg. Bei mir war es so, wenn ich gute Spiele gemacht habe, ich habe jetzt keinen Titel gewonnen, aber ich war, ich bin Vize-Europameister und war auch im WM-Halbfinale zweimal. Nach diesen Spielen habe ich dann natürlich immer an die Personen in erster Linie gedacht und habe die sofort kontaktiert, die mir nahe standen. Susanne war in dem Fall nicht mehr da. Wer hat diese Aufgabe für dich dann übernommen? Also an wen hast du dann dich gewandt, nachdem du gewonnen hast? Weil ein guter Freund von mir hat mal gesagt, der ist ein olympischer Seelsorger, der sagt, wenn jemand die Medaille umgehängt bekommt, dann schauen viele halt immer erst so in die, wenn es jetzt leichter licht ist, in die Zuschauer rein und gucken zu ihren Liebsten. Wer war diese, in diesem Moment, diese Person, dein Anker? War es immer noch Susanne, auch wenn sie jetzt nicht da war oder war es dann in dem Moment Familie? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das hängt jetzt von, da gibt es eine zeitliche Abfolge, weil die direkteste Person, die da war, war unser Bundestrainer Frank Mandek. Und das war ja genau das, wenn man sich das Video von mir anschaut, dann kommt er auf die Bühne und wir hüpfen da rum und das lustige, er hat ja auch ein paar Kilo zu viel gehabt zu dem Zeitpunkt und da hüpfen zwei so Bälle, Medizinbälle auf der Plattform herum, sah witzig aus, war aber für mich so wichtig, dass sich jemand hat zum Anfassen, weil ich wusste gar nicht, wohin mit der Freude und da habe ich erst gemerkt, dieser Druck, der da war, diese Tausendketten um mich herum waren plötzlich weg und das habe jemand gebraucht. Das ist wie wenn ein Kind auf die Welt kommt und plötzlich aus diesem engen Mutterleib draußen ist. Ich bin auf der Welt, so muss das sein. Und da war er da. Er war nie in seinen 20 Jahren auf der Bühne. Außer da. Weil sein größtes Ziel war, einmal den stärksten Mann der Welt mit zu produzieren, betreuen, wie man es nennen mag. Und das ist ihm gelungen. Und da war er dann da und ich war froh, dass er da oben war. Weil er hat auch immer gemeint, die Bühne gehört eigentlich dem Athleten selber und nicht mir als Trainer. Ich bin derjenige, der den Rest begleitet. Aber das gehört dem Athleten. Aber da war ich froh, dass er da war. Aber war auch nur kurz. Und dann waren natürlich, was waren die ersten Momente? Die Leute, die da waren, Physio, Co-Trainer und so weiter. Erst mal die ganze Truppe. Dann ging es ja kurz zur Pressekonferenz, dann zur Truppe-Kontrolle und dann ging es ins Deutsche Haus. Und im Deutschen Haus, also da haben wir dann schon Anrufe bekommen, da dreht gerade alles durch. Und dann bist du nur mehr durchgereicht worden. War aber dann froh, im, nee, es war sogar noch in den Katakomben. Genau, in den Katakomben waren dann meine Eltern da. Also das war dann für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Weil wir waren ja dann schon, doch schon, ich war ja erwachsen, bin ausgeflogen, war nicht beim selben Land, haben uns selten gesehen und ich habe eine sehr, sehr, sehr schöne, tolle Kindheit gehabt und habe tolle Eltern und die mich, ja, bei allen Höhen und Tiefen, wir haben auch viel immer diskutiert und alles, aber es war schön, eine schöne Zeit und war froh, dass sie da waren. Was ich festgestellt habe, nach einem absoluten hochsportlich, nach einer WM, nach einem Halbfinale, nach einem Finale und diese Freude, gut, jetzt, wenn du ein Finale verlierst, ist erstmal nicht die Freude da, aber es ist ja trotzdem so ein absolutes High in deinem Leben. Wie ging es dir eine Woche später oder zwei Wochen später? Weil bei mir war das häufig so, dass dann schon so ein Abfall da war und auch irgendwie so ein emotionaler Abfall, der auch nicht so einfach ist. War das bei dir eben so? Du kannst dir nicht vorstellen, was 2008 bis Ende des Jahres war. Das war unfassbar. Das war unfassbar viel los. Ich habe keinen Tag Ruhe gehabt. Keinen. Also die Situation, dass ich in Ruhe kam, gab es nicht. Aber wenn du abends zu Hause mal irgendwie im Stillen lagst. Ich war müde. Ich war fast nie zu Hause. Ich habe wirklich, ich habe das nicht für möglich gehalten, dass du manchmal in einem Hotel aufwachst und wo bin ich denn jetzt in welcher Stadt? Das ging von A nach B. Ich habe manchmal, das ging ja dann, ich war in Berlin und zwei Veranstaltungen am selben Tag. Ich kam aber aus einer Sportart, wo du im Keller oder halt im Kämmerchen trainiert hast und nie hat jemand auf dich geguckt und plötzlich guckt die ganze Welt auf dich und hast eben alles mitgenommen von Bambi über sonst was. Also alles, alles. Wie hast du es geschafft, um so bodenständig zu bleiben? Das ist ganz einfach. Da ist Gewichtheben die richtige Sportart. Die habe ich ja weitergemacht und Gewichtheben ist so, dass diese 200 Kilo, wenn du die heben willst, die werden mit Ruhm und mit Erfolg nicht leichter. Die Gravitation ist da, die sagt, 200 Kilo bleiben gleich schwer und wenn du das dann heben willst, dann hilft es dir nichts, wenn du dann jetzt plötzlich der Schönste bist oder was auch immer und der Erfolgreichste. Die sind dann wieder so schwer und du musst wieder dahin trainieren, damit du das wieder heben kannst. Das macht es echt toll. Das ist ja der Unterschied eben bei diesen emotionalen Mannschaftssportarten. Wenn dann so ein Flow drin ist, wenn es läuft, dann kann man es manchmal gar nicht erklären, warum es jetzt läuft, weil die Spieler sind ein halbes Jahr vorher auch nicht schlecht physisch, aber es läuft halt nicht. Da ist viel Psychologie und das ist da ganz anders. Da ist es wirklich so, dass auch wenn du gut drauf bist, natürlich gibt es bei uns auch diesen Flow, dass alles läuft und keine Verletzung kommt, der hält auch nicht ewig an, aber du musst trotzdem, die 200 Kilo, die musst du am Papier trainiert haben, sonst sind sie nicht möglich. Als ehemaliger Sportler hätte ich noch so viele weitere Fragen zum Sport. Wir möchten jetzt auch gleich über das andere Thema noch sprechen. Am 22. März 2013 hast du deine Karriere beendet? Das ist so genau so. Ich muss da einmal kurz runtergucken in meine Notizen, aber ich habe es recherchiert. Wie schwer ist dir dieser Schritt gefallen vom Sport in ein neues Leben? Es kam ja auch noch mit dazu, dass du zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch im Superschwergewicht warst. Das heißt, du hattest ein gewisses Gewicht und musstest das ja auch irgendwo noch abtrainieren. Was waren für dich so die größten Herausforderungen? War es eher das Emotionale, es fällt jetzt so meine alte Identität als Sportler weg oder auch eher so das Körperliche? Ich möchte jetzt wieder von meinem Gewicht runterkommen. Was war für dich so die größte Herausforderung beim Karriereende? Naja, was hat mich zum Karriereende gezwungen? Eigentlich die Situation, dass ich schon außerhalb des Gewichthebens viel zu viele Dinge hatte. Aufträge, Veranstaltungen, Sendungen, was auch so. Es wurde immer mehr Trubel um mich gemacht. Ich hatte immer mehr Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten eigentlich. Dass er toll war, aber ich konnte nicht mehr so den Sport ausüben, wie ich es wollte. Gewichtheben verlangte ganz, ganz viel intensive Zeit in der Halle. Und London lief dann nicht so toll für mich. Die letzten Olympischen Spiele habe ich den Wettkampf ja schlecht abgeschlossen. Und so wollte ich nicht aufhören. Deswegen habe ich dann weiter trainiert. Es war aber dann meine Frau mit dem zweiten Kind schwanger. Und als der Max dann im Februar kam, habe ich gemerkt, ich bin nicht mehr in der Lage, als Profisportler zu arbeiten. Ich habe zwei Kinder dann, die Spaß machen, die fordern sind und mit denen ich auch Zeit verbringen möchte. Aber eben auch viele Vorträge, Sendungen und so weiter, viele Möglichkeiten. Und ich habe gemerkt, nee, es ist auch Gewicht in meiner Sportart, ob ich jetzt nochmal Olympische Spiele mache oder nochmal Weltmeister wäre, das ist nicht unbedingt Sackreis, aber es ist bei uns nicht so wichtig. Ich bin 2010 Weltmeister geworden, das hat kaum jemand berichtet darüber. Das war eine ganz kurze Berichterstattung. Also ich habe auch als Sportler nie das Sportstudio von innen gesehen. Hör auf. Ach Gott. Auch was ganz witzig ist, weil ich sollte zu 60 Jahren Sportstudio gratulieren, habe ich gesagt, kann ich machen, aber ich weiß halt nicht, wie das Studio von innen aussieht. Aber das kann doch nicht sein, sage ich doch. Und da sieht man mal, dass man den Sport dann trotzdem nicht so ernst genommen hat. Es war zwar der starke Mann und der stärkste Mann, aber es ging ihm um die Person, Matthias. Es ging weniger um den Sportler. Ich will jetzt sagen, dass es wehgetan hat, aber ich bin froh, dass ich Sportler des Jahres geworden bin, weil da bin ich als Sportler auch ernst genommen worden, sich da durchzusetzen gegen den anderen. Aber da hast du einfach gemerkt, dass du als Sportler nicht die große Rolle spielst. Aber da sieht man auch echt wieder, wie das hier in Deutschland ist. Ich habe zum Beispiel keinen Titel gewonnen. Ich war zweimal im Sportstudio und du bist Europa-Weltmeister und Olympiasieger und du hast es noch nicht einmal dorthin geschafft. Das ist ja verrückt. Also, wie ich so raushöre, hat es dir, oder ist es dir nicht so schwer gefallen? Es ist mir nicht so schwer gefallen. Der Tag war schlimm, weil ich habe da noch trainiert. Im April war Europameisterschaft und war auf einem halbwegs guten Weg. und dann kam der Trainer nochmal rein, weil ich noch eine Extraeinheit geschoben und dann kam er und sagte, du, schau dir jetzt mal in den Spiegel und sei ehrlich zu dir selber. Nicht zu jemand anderem, sei zu dir. Willst du es wirklich noch oder lass uns einfach bleiben? Was hast du jetzt vom EM-Titel? Gar nichts. Nicht. Und wenn es dann in die Hose geht und du bist Vierter bei der EM, weil sie gerade wieder irgendwie stark sind, die anderen oder noch stärker, dann bist du frustriert. Hör auf. Mach doch, lass doch gut sein. Ja, dann wurde kurz geheult, beide Seiten. Das ist schon, das ist Ende. Und dann war es vorbei. Aus. Und dann war aber das Schöne, dann sind die Kinder da und dann ging es los. Also es war ja bei mir, es war wirklich, ich war gezwungen dazu, weil es viel zu viel, und es hat los waren, es hat nicht aufgehört bis heute. Und auch gerade diese ganzen TV-Auftritte, all das, was da bei dir zukam, hat der mit Sicherheit auch einiges an Aufmerksamkeit geschenkt, weil Aufmerksamkeit, da ist es ja immer wieder so ein Schlagwort auch für dich und es hat ja auch Spaß gemacht. Ich selber weiß, wie es ist, wenn man jetzt in den TV-Ausschuss zum Beispiel ist, ist ja auch alles ganz interessant. Ich kann es auch total nachvollziehen, dass du sagst, ich habe alles erreicht, was soll ich denn jetzt noch erreichen? Und dementsprechend verstehe ich auch sehr gut, warum es dir jetzt zum Beispiel relativ einfach viel aufzuhören, was nicht für alle Sportler der Fall ist. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Also bei mir war es auch okay aufgrund einer Verletzung, aber ich kenne ganz viele Sportler, die aufgehört haben und die nie so richtig losgekommen sind von ihrer Passion. Also ich kenne einige, bei dir war es anders. Du hast heute mit deiner Frau Inge ein Unternehmen, das heißt Steiners, und wir haben ja auch zwei Produkte, die du vorhin mitgebracht hast, die zeige ich jetzt einmal kurz in die Kamera. So, in welche Kamera zeigen wir das? Erstmal nichts Außergewöhnliches. Das ist Brot und Nudeln. Brot und Nudeln, Steiners. Das alte Design, das ist das Neue, jetzt ist gerade im Switchen, kommt jetzt alles neu. Bevor wir jetzt über die Produkte sprechen, und ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, dass deine Diabeteserkrankung natürlich auch eine Rolle damit gespielt hat. Du wirst uns gleich erklären, was eure Produkte ausmacht. Was für mich jetzt noch interessant wäre, wäre die Frage, du hast deine Karriere beendet, du hast mit deiner Frau Inge zusammengesessen, dieses Unternehmen aufzubauen. Und du selber als Sportler warst immer in einem Konstrukt, und wir hatten letztens telefoniert, das ist noch gar nicht so lange her, und da haben wir uns über Konstrukte, über Daily Schedules unterhalten. Eigentlich der Sportler führt das aus, was der Trainer einem vorgibt. Und jetzt bist du auf einmal da, mit deiner Frau Seite an Seite, und ihr gründet ein Unternehmen. Und zu einer Unternehmensgründung gehört ja einiges. Und zwar auch eine Struktur und den Tag so zu planen. Wie schwer fällt es dir heute als ehemaliger Sportler, der eigentlich sein ganzes Leben lang einem Konstrukt gefolgt ist? Ein Glück ist, dass das Gewicht eben jetzt zwar strukturiert ist, aber wir müssen noch viele Dinge selber machen. Also vom Wäsche waschen über was auch immer. Also man ist ein bisschen selbstständig, Gott sei Dank, da bin ich dankbar dafür, dass uns nicht alles abgenommen wird auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist trotzdem die Struktur da, die sportliche Struktur. Uhrzeit vom Training, Essen gehen, du musst regenerieren, du musst schlafen zwischendurch, dich erholen, du musst Pausen machen. Heute ist ja, wenn du in einer Leistungsgesellschaft bist oder was leisten willst, ist das in den Pausen oft verpönt. Das ist nicht so einfach, weil ich plötzlich diesen Käfig und diesen Rahmen vorgebe, diesen Rahmen vorgeben muss als Unternehmer, zu sagen, was, wann, wo und wie passiert. Es ist aber auch nicht so passiert, dass ich aufgehört habe und sage, so jetzt werde ich Unternehmer. Sondern das war ja auch ein weiter Weg. Ich habe abgenommen, ich habe tatsächlich abgenommen, und das ist jetzt kein Spaß mit genau so einem Produkt, nämlich mit einem Toastbrot. Warum? Abnehmen als Leistungssportler ist relativ einfach. Du weißt, du isst halt mehr Salat und ein bisschen Fleisch und lässt die Kohlenhydrate weg und nimmst du mal ab. So geht ja relativ easy. Aber du weißt auch, wenn du an einem Punkt X ankommst, wo du sein willst, wie machst du weiter? Willst du weiterhin so essen? Oder willst du wieder mal was genießen? Oder darf man denn auch mal eine Pizza essen? Oder darf ich mal ein Bier trinken? Das sind alles so Fragen. Da habe ich mich dann intensiv damit beschäftigt. Da spielt die Diabeteserkrankung eine Rolle, weil ich weiß, wie Insulin wirkt, dass man eben nicht zu viel Insulin haben sollte, um möglichst eine gute Fettverbrennung zu haben. Wir haben aber viele Produkte und Lebensmittel, wo wir sie brauchen. Überall in den Kohlenhydraten drin, in jedem Getränk, Süßigkeiten, aber auch in klassischen Sachen wie Brot und Nudeln und was auch immer. Und wenn ich das mal verstanden habe, dann kann ich damit leichter arbeiten. Aber ich wollte, weil ich gemerkt habe, dass die breite Masse es gar nicht so einfach versteht. Es ist nicht nur der Zucker böse oder nicht unbedingt gut, sondern zu viele Kohlenhydrate auch nicht, wenn wir den ganzen Tag sitzen. Wir haben aber kaum Produkte dazu. Und deswegen habe ich mit einem befreundeten Bäckermeister erst mal ein Toastbrot entwickelt, habe gefragt, ob sowas überhaupt geht. Er sagt, ja, wir können schon sowas machen, aber mal gucken, wie es schmeckt. Und es hat erst mal nicht geschmeckt. Und es hat jahrelang gedauert, bis wir da waren, wo wir wirklich sein wollten. Es hat funktioniert, aber der Geschmack hat geholfen. Aber da hast du auch im Prozess mitgemacht. Da habe ich mitgemacht, den Prozess. Ich habe das auch beim Abnehmen schon tatsächlich verwendet, weil es war plötzlich morgens ein Toastbrot zu essen mit einem Käse drauf. Und ich habe gemerkt, ich brauche keine Insulin dazu. Das war für mich ein Durchbruch. Aber es war noch ein geschmacklicher Kompromiss. Und da wurde ich auch noch weg davon. Aber es war ja trotzdem noch erst mal ein Hobby, weil es war erst mal für mich, es ging um meinen Abnehmen-Prozess. Dazwischen war ein Buch, das ich komplett zusammen recherchiert habe und meine Frau komplett geschrieben, weil sie Journalistin ist und das gut schreiben konnte. Und dann 70 Lesungen gehalten habe in ganz Deutschland. Es wurde ein Bestseller. Ich habe wahnsinnig viel gelernt auf der Bühne. Ich habe auch eine Art Bühnenshow gemacht und das Publikum mit eingebunden. Und da habe ich plötzlich gelernt von Bayerischen Wald bis Ostfriesland, dass überall der gleiche Schuh drückt. Leute würden sich gern besser ernähren, möchten aber nicht das Gewohnte verlassen. Also statt der klassischen Cola, eine Cola Light trinken zum Beispiel. Ist das denn gut oder nicht? Und ja, was kann ich? Ich will aber auf Brot nicht verzichten, aber ich würde dann gern Nudeln essen und so weiter und so fort. In diesem Prozess habe ich gemerkt, okay, du musst den Menschen entgegenkommen. Du darfst dir nicht Vorschriften machen, weil sie nicht mehr essen dürfen, sondern du musst gute Alternativen anbieten. Wir waren relativ früh dran damit. Das Verständnis war noch nicht sonderlich groß. Ich habe auch lange keine Brotproduzenten gefunden, die den Weg mitgehen, weil es ja auch nicht einfach, dann einen größeren Produzenten zu finden, der das Risiko mitträgt, das auch zu finanzieren. Und ich wollte erst mal kein Unternehmen gründen. Und dann kam aber der Punkt, dass ich einen Lizenzpartner gefunden habe, wir tatsächlich die Brote mal auf den Markt gebracht haben, auch die ersten Discounter-Aktionen gemacht haben, dann gemerkt haben, es geht sogar einem Discounter gut. Und dann wollten wir uns auf die Systemgastronomie spezialisieren, haben gesagt, okay, dann bringen wir das in die Hotels und einen Burger in die Burgerketten rein und so weiter und so fort. Und dann kam das berühmte Corona. So, dass jeder irgendwo so ein bisschen eine Ohrfeige bekommen hat, beruflich oder wie auch immer, oder wirtschaftlich. Wir genauso, Systemgastro ist erst mal gestorben. Das heißt, der Partner konnte mir da nicht mehr wirklich helfen und ich bin dann 2022 mit meiner Frau komplett selbstständig geworden. Ich habe gesagt, okay, wir machen das Ganze jetzt online. Wir vertreiben das online, wir bauen mal ein kleines Unternehmen auf, sind ja erst mal nur wir und wir brauchen vielleicht mal zwei, drei Mitarbeiter und dann läuft das. So, das ging aber dann ziemlich schnell, als der Kundenstamm wuchs und es muss dann alles irgendwie, ein neues Design musste her, neue Produkte mussten her, wer macht die Logistik, wo lage ich die Dinge, wo lasse ich produzieren und plötzlich war ich in einem Prozess drin. Habe aber nie Betriebswirtschaft studiert, habe nie irgendwie, oder Entrepreneurship, wie gründe ich ein Unternehmen, sondern da bin ich reingewachsen. Also bist du eigentlich von einem Startup, kann man es vielleicht so sagen, über… Ja, das ist eigentlich nie eins wahr. Ich habe einen Startup-Status gehabt, war aber nie eins, weil durch die Bekanntheit ja dann eigentlich, also durch meine Bekanntheit und den Kundenstamm, den ich ziemlich schnell hatte, war ich dann doch schon über einen Startup-Status hinaus, aber gefühlt war ich aber noch eines. Aber im Prinzip hat ja dann Corona dazu geführt, dass ihr euch komplett selbstständig gemacht habt und dass ihr eigentlich auch einen anderen Weg gegangen seid, auch online. Also hast du in deinem Leben wieder einmal eigentlich eine schwierige Situation gemeistert und die zu etwas Positives gemacht? Naja, es war ja erstmal negativ, weil in dem, in dem, wo es losging, es war ja nicht nur das, ich habe parallel dazu immer noch, weswegen ich ja kein Unternehmen gründen wollte, oder immer noch viele Vorträge gehalten. Ich habe sogar im Jahr 2020 eine Vortragsserie bei Krankenkassen, wo auch immer, wie ich gar keinen Namen jetzt nenne, bei vielen Firmen gehabt, im ersten halben Jahr so ein tolles Auftragsjahr, das schon gebucht war, war plötzlich weg. Das Geld ist nie geflossen, das heißt, meine Grundlage, mein Einkommen war weg erstmal und natürlich habe ich gut gewirtschaftet, ich kann ein bisschen Reserve leben, aber wir wussten jetzt alle nicht, wie es weitergeht. Aber da war etwas und das war auch etwas, was lange in mir geschlummert hat. Ich habe immer gesagt, es ist schön, wenn ich meine Nase ins Fernsehgesicht halten kann und es ist toll, wenn ich Vorträge halten kann, wenn man dafür gebucht wird und damit auch sein Geld verdient. Aber für mich war klar, das ist kein Beruf für die nächsten 50 Jahre, weil es kann so schnell zu Ende sein, weil andere Dinge interessant sind und der Steiner einfach für niemanden mehr interessant ist. Da muss ich etwas machen, wo ich wieder selber verantwortlich bin. Wir sind eigentlich wieder bei der Kontrolle, aber ich finde es schön, wenn man dann entspannt sagen kann, ich schaffe selber was und bin nicht unbedingt abhängig. Natürlich bin ich abhängig davon, dass Kunden mich kaufen. Das Produkt oder die Produkte müssen so gut sein, dass ich gekauft werde, sonst funktioniert das auch nicht. Aber ich schaffe etwas selber. Und es hat jetzt so eine Dynamik bekommen, die so wahnsinnig toll ist. Ich habe Gott sei Dank auch in dem letzten Jahr noch einige richtig tolle Leute kennengelernt, die mir da helfen, weil was bedeutet Unternehmertum? Wenn du als Unternehmer alles selber machst, dann bist du selbstständig. Und wenn du als Unternehmer die richtigen Leute hast und dann richtig führen kannst und richtig leitest und dich aber auch selber noch richtig leiten lässt, dann bist du ein Unternehmer. Und in der Situation bin ich jetzt, Gott sei Dank. Es war eine Zeit lang, war es eine Selbstständigkeit. Also meine Frau und ich haben ziemlich geschwitzt und das haben dann schon auch sehr gelitten darunter, weil es 24 Stunden nur mehr das Thema war und das wollte man so nicht beibehalten. Und jetzt haben wir Gott sei Dank die richtigen Leute, die an jeder Position genau das machen, was sie können. Und deswegen kannst du nicht alles selber machen. Ich kann ja nicht alles. Vor welchen, oder was sind derzeit eure größten Herausforderungen? Na, erstmal sowieso, dass das klassische Alltagsgeschäft, Rohstoffbesorgung, Produzenten absichern, dass man auch welche hat, dass man auch Plan B hat. Falls mal was nicht funktioniert, dass man auch die Mengen produzieren kann, bekomme ich jetzt Listungen im Einzelhandel. Ja, teilweise schon, aber auch das immer forcieren. Also die klassischen Herausforderungen zu wachsen. Die richtige Preisgestaltung. Ich möchte auch so günstig wie möglich sein. Ich möchte kein Luxusprodukt sein, sondern für die breite Masse. Zu billig kann es aber nicht sein, weil die Rohstoffe schon teurer sind. Das sind ja funktionale Lebensmittel, die eine Wirkung auf den Körper haben. Und das sind die klassischen Herausforderungen, aber die machen wahnsinnig viel Spaß. Was würdest du sagen, so eine Packung Nudeln, prozentual gesehen, wie viel teurer sind die jetzt im Vergleich zu einer herkömmlichen Packung? Ich bin gerade in einer wahnsinnigen Preissenkung, weil die Online-Preise waren schon gehoben. Und jetzt geht es ja tatsächlich um Listungen und habe die ersten Zusagen, auch für Aktionen. Und ich konnte es tatsächlich bei so einer Packung um den Preis, um, wenn man es im Prozent sagt, um, 35 Prozent senken, knapp 40 Prozent den Preis senken. Das ist gewaltig. Das heißt aber nicht, dass ich online versucht habe, mehr Geld zu machen, sondern die Kosten waren einfach teurer. Da geht es, wenn Mengen größer werden, werden die Rohstoffe günstiger, die Produktionen werden günstiger. Also, völlig normale Business. Aber mir geht es vor allem, bei der Sache geht es mir darum, dass ich etwas anbiete, wo der Kunde vertrauen kann. Mein Gesicht ist drauf, dass ich praktisch wirklich für diese Qualität stehe und auch für die Funktionalität. Also der Kern dieser Marke ist, ich habe möglichst wenig Kohlenhydrate drin, bei vollem Genuss und viele Ballaststoffe. Und das ist halt etwas, das merke ich jetzt, ich schlage jetzt genau jetzt in die richtige Kerbe, weil jetzt geht es erst los, dass wir plötzlich merken, hoppala, wir werden immer noch dicker, die ungesunden Lebensmittel werden immer mehr, immer günstiger, Leute greifen zu, der Mensch selber kann nichts dafür. So Süßigkeiten, wenn du da mal die Süßigkeiten verfällst. Glaubst du, spielt euch das in die Karten, dass jetzt gerade natürlich aufgrund der heutigen Zeit die Menschen immer dicker werden, die Lebensmittelindustrie ist eine ganz eigene, es ist sehr, sehr viel Zucker in den Produkten verarbeitet, ihr seid jetzt komplett anders, ihr seid eigentlich eine Nische und es gibt elf Millionen Diabetiker in Deutschland. Das ist ja, das ist ja eine Menge. Also glaubst du, dass es dann auch eher schon zum Vorteil sein könnte, für euch? Spielt uns total in die Karten, definitiv. Also ich merke es auch jetzt erst, dass vor zehn Jahren, als wir das erste Produkt entwickelt haben und vor so sieben, sechs, sieben Jahren, wo wir die Produzenten gesucht haben, da waren wir zu früh dran. Wir waren zu früh dran und jetzt geht es erst los. Und es kommt ja auch erst, der große Schwall kommt ja an Gesundheitsproblemen. Wir merken es auch jetzt mit den Abnehmenspritzen. Die große Hoffnung, alles ist ein Riesenwunder. Das funktioniert bei manchen Menschen und ich sehe ja die Abnehmenspritzen eben nicht als Flugzeug, sondern als Fallschirm. Wenn es nicht mehr anders geht, dann kann man das einsetzen. Aber es ist eben auch da, wir merken es auch da nicht, der Allheilsbringer, weil es wieder wahnsinnige Nebenwirkungen hat. Und das, das habe ich ja alles nicht. Das kann ich alles den Leuten, diese Angst kann ich nehmen. Und, was ganz toll ist, nachweislich funktionieren die Produkte. Also ich habe auch schon an Diabetikern getestet, die, und auch an gesunden Menschen, dass der Blutzucker nicht steigt, mit Sensoren schon an gesunden Menschen getestet, dass bei den Nudeln der Blutzucker stabil bleibt. Also es ist eine Wirkung da und wir haben eine sehr hohe Wiederkaufsrate, weil wenn du im ersten Moment das Produkt ansiehst, siehst du ein Toastbrot. Dann sagst du, wie kaufe ich das jetzt? Okay, Steiner, ich probiere es mal. Und spätestens, wenn ich reinbeiße, merke ich, okay, ich habe länger was davon, ich bin länger satt. Und wenn ich es regelmäßig esse, merke ich, hoppala, mein Darm verändert sich positiv. Ja, es tut sich was am Klo. Darüber kann man ja auf der Verpackung nicht wirklich sprechen. Also das Produkt ist auch vor allem im zweiten Schritt dann richtig stark. Und deswegen ist es für mich wichtig, das Vernünfte auf vernünftige Beine zu stellen. Mir geht es nicht darum, mit Vollgas alle zu bespielen mit aller Gewalt, sondern wirklich, die Leute sollen das lernen, was ich da Tolles habe. Und auch das ist ja wieder ein Prozess. Und ich werde die Nudeln auf jeden Fall als erstes kochen und werde dir dann persönlich auch ein ganz, ganz ehrliches Feedback geben. Da freue ich mich total drauf. Wir kommen jetzt schon so auf die Zielgerade. Wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit. Zwei, drei Fragen möchte ich dir noch stellen. Welche Eigenschaften würdest du sagen, als ehemaliger Sportler haben, dir am meisten dabei geholfen, heute als Unternehmer oder diesen Prozess durchzulaufen von dem Start-up, wenn wir es jetzt mal so nennen, bis zum Unternehmer, der du heute bist? Auf jeden Fall Beharrlichkeit. Diese, diese, weil Disziplin ist immer ein schwieriges Wort. Ich sehe mich gar nicht so sehr als disziplinierten Menschen. Ich habe auch meine, meine, ich will nicht sagen faulen Tage, aber manchmal lasse ich einfach ein bisschen so schleifen in den Tag rein, sondern ich gebe dann Gas, wenn mir was wichtig ist. Also das habe ich aus dem Sport eigentlich auch, wenn mir was wichtig ist, wenn ich ein Ziel habe, das mich berührt, dann verfolge ich das zu 100 Prozent. Und da kann links und rechts passieren, was will, da bleibe ich dran, es sei denn, du fährst gegen die Wand. Aber ansonsten bin ich da wirklich, das habe ich aus dem Sport gelernt, dranbleiben, beharrlich bleiben. Irgendwann du nicht trainierst, dann hast du keine Ahnung, eine Krippe oder eine leichte Verletzung, kannst du da nicht mitmachen oder der Wettkampf leuchtet nicht so, wie du willst. Damit kannst du umgehen und das hast du jetzt auch. Das macht dich manchmal verrückt, dass die Dinge nicht so laufen, wie du willst, aber gerade in dem Bereich, wenn du immer mehr Dinge kontrollieren musst und steuern musst, da läuft mal was aus dem Hut oder nicht so, wie du möchtest und dann brauchst du immer einen Plan B. Aber du bist jetzt ein Sportler, du hast ganz, ganz viele Rückschläge erlebt und hast dann auch gelernt, da mit den Rückschlägen umzugehen. Was kann man Menschen raten, die jetzt diese Rückschläge jetzt nicht so permanent haben vielleicht und ist das auch wieder etwas, was man nur über Erfahrung lernen kann? Erfahrung hilft natürlich. Ich wünsche nicht jedem, dass er wahnsinnige Rückschläge hat, aber das Wichtigste an der Sache ist eigentlich die Ehrlichkeit zu sich selber. Will ich das wirklich? Was will ich? Und daran festhalten. Nicht möchte ich in einer Situation jemand anderem gefallen oder tue ich es wie jemand anderem oder ich, sondern wirklich möchte ich das? Ist das das, was mich berührt? Und wenn du ehrlich zu dir selber bist, was du willst, dann hast du es viel, viel leichter und viel weniger Stress und nicht für andere was tun. Das ist, glaube ich, einer der wichtigen Schritte und ja, meine Rückstiege, die haben wir immer. Das ist eine Frage, wie man damit umgeht, klar. Wenn man jetzt dein Leben mal so betrachtet, du hast sehr viel erreicht, hast viel durchgemacht, unterschiedlichste Erfahrungen, durchlebt. Gibt es etwas, was du wählen würdest oder auswählen würdest, auf das du am meisten stolz bist? Es hat ja, die Frage ist, die Frage ist ein bisschen unfair, weil ja, ich bin so ein Fan von dem, von dem Albert Einstein, von Albert Einstein Aussage, dass das Weltall deterministisch ist. Nämlich der berühmte Schmetterlingsflügelschlag, durch diesen Flügelschlag entsteht ein Luftzug und dann passieren andere Dinge und so sehe ich das ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin ganz stolz auf meine Kinder und auf meine Frau, dann ist das ja aber auch nur passiert, weil vorher was anderes passiert ist. Also es ist ja das ganze Leben, also durch den Olympiasieger habe ich meine Frau erst, meine zweite Frau erst kennengelernt, bei einer Lesung. Da hätten wir uns so nie kennengelernt, da wären die Kinder nie so gekommen und deswegen ist es unheimlich schwer zu sagen. Natürlich jetzt am Ende des Tages bin ich total happy, dass ich es ja alle habe. Das ist die größte Freude, aber entstanden ist es durch ganz viele andere Dinge. Also ich bin auf diesen ganzen Weg eigentlich, ich bin zufrieden mit dem Weg, nicht stolz, ich bin einfach zufrieden mit dem Weg, weil auf alles bin ich nicht stolz, was ich gemacht habe. Aber könnte man da nicht sogar daraus vielleicht den Schluss ziehen, dass du sagst, du bist stolz auf diese Beharrlichkeit und auch das Leben so zu nehmen, wie es ist und dich von nichts unterkriegen zu lassen. Wenn ich auf etwas stolz bin, dann aufs Weitermachen. Mehr muss man dazu gar nicht sagen, sondern es kommen auch jetzt noch Situationen auf mich. Warum muss das jetzt gerade so sein? Was mache ich denn jetzt? Und dann muss ich irgendwie weitermachen. So, dann mache ich auch wieder weiter. Und dann kommt wieder was. Und das ist ja wieder der Spruch mit diesem Flur, mit den Türen, weil manchmal sind es dann viel zu viele Dinge. Nee, jetzt gehe ich einen anderen Weg, ich gehe da und ich weiß, du musst dann manchmal sind Konsequenzen oder Abstriche. Aber es kommen dann wieder die schönen Zeiten. Und einfach das weitermachen. Ich habe mal gelesen, dass du ein Motto hast. Und wenn es stimmt, dann lautet das Motto träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Was bedeutet das für dich? Und wie kann man das sozusagen vielleicht auch weitertragen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, das war ja, dieses Motto war ja ganz wichtig im Sport, weil da ist ja der Traum so groß, der ist ja immer da. Und an dem kannst du ja festhalten. Das ist das Schöne im Sport. Das ist ein Ziel, auch ein Ziel mit Datum und dann kannst du festhalten. Das ist nachher nicht mehr so einfach, weil auch wenn Ziele sind, ist oft kein Datum dahinter, du kannst was rausschieben. Aber was man weitergeben kann, das kann man auch im Kleinen machen, sofern es möglich ist, aber auch im Kleineren. Du musst ja wieder aufpassen, was ich sage. Aber ich habe mir tatsächlich, was vielleicht manch einer als sinnlos erachtet, als Kind hatte ich Musikunterricht mit Klavier und Akkordeon und habe mich dann mit zwölf für den Sport entschieden. Und habe dann entweder oder. Für mich ging nicht beides. Meine Mutter wollte, dass ich Musik weitermache, ich wollte Sport. Habe mich für Sport entschieden. und habe das leider Gottes 25 Jahre total liegen lassen. Es war kaum möglich, es war alles zu intensiv, aber ich habe es dann bereut, später zu sagen, dass ich nicht ein bisschen dran geblieben bin und habe jetzt mit 37 begonnen, wieder Klavierunterricht zu nehmen. Und bin da aber auch wieder dran geblieben und am Anfang war es natürlich schon frustrierend, dass du nicht so weiterkommst, wie du möchtest. Und dann war irgendwann klar, okay, ein Konzertpianist wird schwierig, aber jetzt nach fünf Jahren muss ich sagen, jetzt bin ich schon da, wo ich mal fast sein wollte. Und es macht unheimlich Spaß. Und deswegen einfach auch diesen Traum mal leben, sofern es denn geht. Ich weiß, man kann nicht immer Klavierunterricht nehmen oder sich ein Klavier kaufen. Ich habe tatsächlich jetzt, eigentlich habe ich den Traum weiter nach hinten angestellt. Ich habe dann als Traum, als Ziel mir gesetzt, mit 50 möchte ich dann mal einen Flügel haben. Und dann haben mir aber ganz viele Leute von außen abgeraten, nicht so lange zu warten, weil es ein ganz anderes Spielgefühl ist. Ja, aber ein Flügel kostet ja Wahnsinn. Nein, aber nimm doch einen Gebrauchten, der wirklich günstig ist, wenn er dir passt, wenn er dir taugt, dann mache ich es. Und das habe ich getan. Wir haben jetzt wirklich ein bescheidenes Stück gekauft, weil es macht keinen Sinn, wenn jemand kein Konzertpianist ist, brauche ich keinen 50.000 Euro Flügel. Das ist Quatsch. Aber das ist so ein Traum, den ich mir erfüllt habe. Den könnte man rausschieben bis 50 oder 60. Aber da kann das Leben schon vorbei sein. Also wenn man die Möglichkeit hat, etwas umzusetzen, dann sollte man das tun. Das kann auch noch viel, viel kleiner sein. Aber einfach Musikunterricht. Warum soll ich nicht mit 40 anfangen, Gravier zu spielen? Warum nicht? Wer soll mich abhalten davon? Was ist mein Maß, wenn es mir gut tut? Das ist für mich am Abend das Schönste, runterzukommen, Musik zu machen. Ich finde, es waren wunderbare Schlussworte. Matthias, ich fand den Podcast sehr inspirierend. Ich finde dich sehr inspirierend und ich möchte dir von Herzen danken für deine Zeit und auch für deine Offenheit, hier mit uns heute zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich sage danke für die Einladung. Nicht selbstverständlich. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.